Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romance, das Podcast. Heute zu Chapter 1108, Attention World. Und nicht nur die World ist voller Attention, sondern die beiden sweeten Boys hier auch, nämlich Victor und Henry. Was geht? Warum habe ich direkt den Weird Hair Guy aus Yu-Gi-Oh! im Kopf bei Attention World? Ja, safe. Attention Duelists. Genau. Aber ich muss sagen, ich fühle mich beraubt und enttäuscht. Mir wurden kalte Herzen und Cold Openings versprochen. Ja, ja. Zumindest in der Testaufnahme, die ihr gerade nicht gehört habt, wo Victor gerade schon dachte, dass wir richtig recorden. Ich fahre mal wieder zur Spitzeparty. Aber ja, wie du sagst, dann jetzt mit 1108 ganz gesittet und nach Vorschrift mit Begrüßung und Vorstellung und allem. Irgendwann kriegt ihr noch das Cold Opening, wo ihr in der Bahn sitzt und ihr wisst gar nicht, dass ihr anfangt, unseren Podcast zu hören. Auf einmal hört ihr Benni, der mit mir über irgendwas streitet. Aber es ist kein Cold Opening, aber wir haben trotzdem noch kein Pulver verschossen vorher. Ja, das stimmt. Das ist halt eher so eine Seltenheit, weil ich erinnere daran, dass wir uns manchmal sagen, ey, lasst mal vorher anfangen und dann werden wir später fertig als an Tagen, wo wir uns zur gewohnten Zeit treffen und dann entsprechend einfach durchziehen. Weil ja, schon einfach sehr, sehr viel Pre-Talk stattfindet. Heute irgendwie nicht. Heute vielleicht liegt es auch daran, tatsächlich, das könnte vielleicht ein Muster sein, Victor ist immer sonst der Erste, der da ist. Und dann kommt Henry. Stimmt. Und heute war Henry der Erste, der da war und dann erst Victor. Und Henry und ich haben uns halt oberflächlich über das Chapter ausgetauscht, aber jetzt noch nicht so in diesem, ah, hast du das vielleicht noch gelesen und jenes noch und das andere noch. Da war noch keine Zeit. Ja. Eine Sache, die wir aber ankündigen können, ist zumindest, hier heute, wo wir aufnehmen, kam die Avatar-Netflix-Serie raus. Ich habe tatsächlich eineinhalb Folgen schon geguckt und es ist schon, im Vergleich zu dem Film von über zehn Jahren, ist es schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also es captchert schon mehr den Vibe der Serie, nur halt eben ein bisschen mehr für Erwachsene. Also gerade bestimmte Genozide, die da passieren, werden auf jeden Fall mehr thematisiert direkt am Anfang, als jetzt gefühlt in so einem Nebensatz erwähnt in der richtigen Serie. Wo es auch natürlich wichtig ist, aber da, dadurch, dass es eine Kids-Show ist, ist man dann nicht so sehr ins Detail gegangen. Ja, aber Chapter 1108, wir sind immer noch auf AirCat. So langsam spitzt sich die Lage zu und ja. Du nennst mich Spittkopf. Sorry, was warst du gerade? Das war die erste Situation, die ich gekriegt habe. Why not, ne? Bei einer zugespitzten Situation. Es gibt, ich erinnere mich immer, aber dieses, die Lage spitzt sich zu. Das ist halt so dieses typische Statement von irgendwelchen Cartoons und sowas immer. Oder auch wahrscheinlich von Early 2000er-Animes. Vor allem auch von One Piece immer, was weiß ich, beim Alabaster-Ark. Wo dann halt immer am Anfang so die Position aller Teilnehmer irgendwie an diesem Krieg gezeigt wurden. Und gefühlt hat der Sprecher da auch 20 Folgen dann gesagt, die Lage spitzt sich zu. Und dann Zorro und seine Truppe haben es bis nach Urbana geschafft. Ja, hier in dem Fall, die Strohhutbande hat es heute nach AirCat geschafft. Sie sind immer noch da, aber es geht schneller als gedacht irgendwie. Das haben wir letztes Chapter auch schon gesagt. Irgendwie ist Rodergrad im Abarbeiten von allen wichtigen Plotpunkten, damit die Strohhutbande hier von AirCat weg kann. Weil die Riesen treten mehr in Aktion. Die Blackbeard-Piratenbande, von der wir letzte Woche noch gesagt haben, ja, ja, das wird nicht mehr gezeigt. Die tauchen nochmal auf. Wir haben Action mit Saturn und Kizaru. Und am Ende, ja, nicht Attention Duelist, aber Attention World. Einen Vegapunk, der, so wie es aussieht, eine pre-recorded Message hat, die er der Welt abspielen möchte. Scheinbar auch mit einiges an Inhalt. Absolut. Nicht nur, das haben wir ja zumindest vorher schon besprochen, scheinbar nicht nur irgendeinen Namen, was ja unsere Vermutung bislang immer war, sondern wahrscheinlich sogar nochmal ein bisschen mehr. Safe. Ich glaube aber hier mit dem Ende dieses Chapters gehen wir wirklich nochmal full circle auf Ohara, wo ja eben Kleeblatt verkündet hat, ey, ich will mit den Gurusei reden. Und dann der Talk über das verlorene Jahrhundert kam, über das Antike Königreich, über die Feinde von den Leuten, die Porniglyphe erschaffen haben. Und danach begann ja, nachdem Kleeblatt angeschossen wurde, der Buster Call. So, und hier haben wir jetzt halt Vegapunk, der ja die Connection hat zu Kleeblatt, sagt, ey, ich habe eine Message an die Welt, die er verkünden möchte. Und auch, ich finde es irgendwie süß, wie er es macht mit, ey, ist das hier an? So, kann man nicht hören, so in dem Stil, so als ob es so eine Radioübertragung einfach ist, ne? Hat ein bisschen was von der Family Guy Star Wars Verarsche, wo dann auch diese Message von Leia, diese berühmte Message von Prinzessin Leia aus Episode 4 dann so ein bisschen, so von wegen, esst das Ding an, läuft es schon? Nur ein bisschen ist das hier ja auch mit Vegapunk. Aber gut, ich würde fast sagen, da kommen wir vielleicht dann wirklich auch chronologisch zum Ende hin, weil das wahrscheinlich den meisten Gesprächswert hat oder zumindest Fülle. Vielleicht kann man ja wirklich erstmal zumindest chronologisch starten. Wir setzen ja hier wirklich direkt da an, wo das letzte Chapter aufgehört hat. Niemals sehen wir die Blackbeer-Piraten wieder. Hieß das letzten Podcast noch, weiß ich ganz genau. Ja, da musste ich auch direkt dran denken, als ich es vorhin gelesen habe. Aber ja, der gute Karibu ist immer noch am Verhandeln, von wegen, dass er mitgenommen wird. Wir kriegen ja hier sogar auch so einen kleinen Recap, was er halt alles an heißen Informationen hat. Und ja, die will er auch dann wirklich erst droppen, sobald er halt vor Blackbeert steht. Das ist halt im Endeffekt seine Lebensversicherung gerade, damit Vanuga ihn nicht umbringt. Hot Take oder droppt solche Sachen, wo man sagt, ja, 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 das wird nicht das nächste Chapter nochmal auftauchen, wenn er nicht genug Seiten für sein Chapter hat und sich dann sagt, ja, 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 das sprinkle ich noch rein. Hot Take 2, sehr plausibel in Kombination mit meinem ursprünglichen Argument. Ich bin nämlich der Meinung, das kam deshalb jetzt noch, weil, oder, das haben wir, finde ich, jetzt so in dieser neuen Zeit gemerkt, so, der ist sich schon bewusst, dass solche Plotpunkte zum Teil zehn Jahre und länger her sind. Ja, ja, safe. Und ich glaube, sowas wie, dass Karibu dabei war, als Shira Hoshi ihre Fähigkeiten aktiviert hat oder selbst sowas wie Wano, was halt auch schon ein, zwei Jahre her ist, das muss er den Lesern nochmal in Erinnerung rufen. Und ich glaube, deshalb sehen wir genau diesen Teil, weil sonst hätte man das nicht sehen müssen. Theoretisch erfahren wir da nichts Neues. Es ist genau nur die konsequente Fortführung dieser Szene. So, wenn wir ihn das nächste Mal bei Blackbeard gesehen hätten, dann hätten wir uns genau das denken können, dass es so abgelaufen ist. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch wieder, die haben ja jetzt im Anime am Ende der Folge immer dieses Erklärformat und wenn diese Folge im Anime kommt, kriegen wir nochmal ein Update. Wer ist eigentlich Shira Hoshi und was ist eigentlich Pluton? Und wer ist Karibu? Und wer ist Karibu, ja, ja. Und Karibus Bruder, der hat er auch nie wieder aufgetaucht. Ja, Koribu. Der hat ihn ja tatsächlich noch gesucht am Anfang und ist dann schnell untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob er in seiner Cover-Story auch noch vorkommt. Hat er ihn nicht in der Cover-Story gesucht? Nee, ja. Dachte ich auch. Am Anfang. Am Anfang, ja. Die ganze Che Guevara-Story und so, da war der Bruder doch, glaube ich, auch noch am Start. Nee, da war der Bruder mit dieser ganzen Che Guevara-Story, da war er ja schon auf der Insel von Kaido und mit dieser Omi da. Da war er allein unterwegs. Ich glaube, die Suche tatsächlich war vorher und die Cover-Story eher, da war er allein unterwegs. Aber ich kann mich auch irren. Ich kann gerne ein bisschen Live-Research betreiben, während über das Chapter weitergeht. Ich weiß nur, dass da damals der Reveal kam, dass Drake sozusagen officially bei der Biest-Piraten-Bande ist. Ach, die Szene war das. Weil er nimmt ihn ja gefangen sozusagen. Und auch ein ziemlich cooles Cover, weil da hat er es dann in schwarz-weiß irgendwie gezeichnet, während er sich verwandelt. So, also da hat sich Oda auf jeden Fall ausgetobt. Bei dieser, würde ich mal sagen, eher langweiligeren Cover-Story im Vergleich dazu, was wir ja mittlerweile alles an Cover-Stories kriegen, wo ja auch wirklich interessanter Input nochmal kommt. Die wir dieses Chapter auch wieder mal nicht bekommen haben. Wobei das ja fast schon klar war, es waren ja zwei Color-Spreads sogar angekündigt. Und die haben wir auch bekommen. Das eine war ja der Cover, eine Cover-Art sozusagen, also wirklich auf der Titelseite der Jump, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Das andere war ja quasi die Color-Page des Chapters, ne? Ja, wisst ihr, warum Oda sich genau für diese sechs Damen entschieden hat? Ich glaube, sechs waren es. Ich würde einfach behaupten, das sind mit, ich weiß nicht bei Uta, aber bei den anderen, das sind die populärsten. Hätte ich jetzt einfach gesagt. Nami, Save, Raiju auch. Aber dann fehlt Vivi doch. Und Yamato. Ja, Yamato. Gerade Yamato, also dann kannst du nicht vom Populärste reden. Ja, aber gut, die, die hier drauf sind, sind auf jeden Fall, Thor Hancock ist Top 10, Nami ist Top 10, Robin ist, glaube ich, Top 10. Ja gut, die drei sind geschenkt. Raiju ist auch locker Top 20, Top 25. Ja gut, da sind sie alle Top 20 am Ende. Ich will also nicht sagen, aber vielleicht spart er sich ja Yamato auf, weil die bald in der Cover-Story auftaucht. Aber ja, ich glaube, es ist einfach, ey, welche Mädels sind beliebt. Welche Mädels sehen gut aus im roten Kleinen. Ja, wahrscheinlich. So kannst du ja ähnlich fragen, auch bei diesem einen Color Spread, wo die da alle diese Rutsche runtergerutscht sind. So welche Charaktere da dann, warum eingebaut wurden. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass bei den Summer, also immer wenn im Sommer Color Spreads kommen, da zeichnet er immer gerne Nico, Robin oder Nami sehr präsent vorne mit, wie sie im Wasser duschen und so. Also da hat Oda auf jeden Fall ein Fable, was er gerne zeichnen will. Und hier hat er jetzt, glaube ich, eher so dieses elegantere Design dann mal gewählt. Ja. Ichiro Roni. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja, das sind die Color Spreads in dem Fall. Jetzt vielleicht nicht so mega der Rede wert. Nee, ich finde die Farbgebung halt interesting. Das sage ich ja immer wieder bei seinen Color Spreads. Das ist, finde ich, auch ein, ja, ich will es nicht Talent nennen, weil es ist irgendwo auch ein Skill, aber ich finde Odas Farbgebung immer sehr, sehr gut. Also der schafft sehr viele Farben irgendwie miteinander zu vermischen und es sieht trotzdem harmonisch aus und nicht irgendwie so dieses einfach hingeklatscht. Also gerade hier dieses Lila mit dem Türkis und dann hast du aber als Kontrast dann irgendwie noch dieses Orange-Gelbe mit dem Roten, was dann halt echt ganz gut zusammenarbeitet. Und so, das finde ich, gerade auch, wenn man sich diese, den Colored Manga anschaut mit den Charactern, die dann wirklich in Farben gezeichnet werden, gerade die neueren, merkt man wieder, wie viele Farben Odas eigentlich verwendet, um sowas darzustellen daher. Das ist so ein bisschen die Eskalation, die auch Pokémon durchgemacht hat, wo in den ersten Gens halt nur zwei bis drei Farbebenen angezeigt wurden. Grau, grau-grün und schwarz und eventuell noch weiß. Und deswegen hat ein Glurak auch nur zwei Farben oder drei. Die blauen Flügel, den beigen Bauch und Orange. Und dann später hast du dann ab Gen 5 irgendwelche Viecher, die dann blau-rot-weiß gepunktet sind, weil es halt geht. Ja, safe. Ich finde gerade auch am Anfang die Colorspreads von Oda, jetzt zeichnet er ja viel digital teilweise die Colorspreads, aber eben auch mit so Copic-Markern. Das ist so der Standard sozusagen mit dem so, das sind so Alkoholmarker. Und ich habe schon das Gefühl, gerade die ersten Colorspreads, die waren noch so richtig dieses Kentsugimori-mäßige mit Wasserfarben noch so. Und da merkst du halt einfach, da ist das Shading auch nochmal anders. Da shadest du oft oder hast so Highlights mit so Weißflächen, wo du es einfach nicht ausmalst. Und ich finde, diese Ästhetik hat immer noch was. Gerade wenn du halt diese Early-Pokémon-Wasserfarben-Sprites siehst, denkst du so, ah, so ein Magical-Time, wenn du dann zurückerinnert wirst. Es gibt ja einen Grund, weswegen Leute da immer sich gerne rein-zurückversetzen. Ich habe euch ja jetzt ein bisschen weiter noch, aber ich habe euch ja auch mal hier diese Raum gezeigt, wo jetzt ja jemand Schwert und Schild halt im Game Boy Advance-Style nachgemacht hat. Was halt irgendwie schon echt beeindruckend ist, war noch hier und da ein bisschen verbuggt natürlich, aber irgendwie schon krass so als Proof of Concept. Und ich merke direkt, wie ich so Lust gekriegt habe, so, oh ja, so, da kann ich jetzt noch so ein bisschen weiter daddeln. Weil sie mir die neuen Pokémon ansehen und so, die dann halt irgendwie in dem Kontext besser für mich rüberkommen als in diesem 3D. Safe. So, weiß ich nicht. Da bin ich halt auch, glaube ich, einfach nur ein kompletter Pokémon-Boomer, so, dass ich halt mit diesem 3D-Style nicht so richtig klarkomme. Ich aber auch. So, für mich ist bis heute immer noch die ganze Metapher von Pokémon, dass wenn du ein neues Spiel startest und Professor Eich eingeführt wurdest, das dann heißt, dein Abenteuer beginnt. Und dann wird deine Figur so piu, 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 geschrumpft. Und du kommst in diese kleine Miniatur-Panorama-Welt rein. Und genau das, diesen Spirit, so, der, der, da sind auch die Wasserfarben für mich drin. Und halt diese leicht weirden Sprites und sowas. Ja, gerade diese, ja, diese 2D-Sprites, auch wenn sie so fake 3D-mäßig später ja wurden mit so schwarz und weiß, wo sie so ein bisschen Bewegung und Animation gekriegt haben, finde ich, haben die da so viel mehr Expression als die ganzen, ich nenne es mal so ab Gen 6, wo es dann komplett 3D wurde. Weil irgendwie die Pokémon, die haben zwar, die sehen zwar so aus, aber da fehlt irgendwie Personality. So entweder durch Mimik, Gestik, durch eine Pose. Und ich erinnere mich noch damals, Feuer, Rot, Blatt, Grün. Hey, die Pokémon haben teilweise so interessante Posen oder auch den Smaragd, wo ja auch so leichte Animationen drin war. Da hast du dann so ein Glurak, was so voll gefährlich aussieht. Oder halt eben so ein Tourtalk, was dich von so einer Seite anschaut. Ja, das sieht schon einfach fancy aus. Wohingegen jetzt ist es einfach so, ist einfach so statisch hoch und runter. Immer nur so bewegen, so leichte Bewegungen. Genau, anstatt, keine Ahnung, dass halt dann mal so Tourtalk wirklich halt so seine Pose macht und irgendwie flext oder so, ohne dass er jetzt einen Angriff einsetzt. Einfach nur, weil, ja klar, der ist halt intimidating. Selbst bei Stadium und Colosseum gab es das ja, dass wenn die Idle-Animationen hatten, dann sind die zwar erst mal so hoch und runter, aber dann hast du dann irgendwann mal so ein Pokémon, dann mal einen Sprung machen sehen oder irgendwie sich mal kratzen oder so. Ja, komm, das wird gleich Pokémon-Bashing, wenn wir jetzt hier weiter drüber reden, weil am Ende, da steckt einfach in Stadium 1 und 2 schon mehr Liebe drin als wahrscheinlich jetzt in den heutigen Sprites. Ja, und Colosseum gar nicht zu fragen. Ja, also diese Spiele sind 25 Jahre her. Ja, deswegen sind wir einfach zufrieden, spielen die Demakes von Schwert und Schild und baden einfach in Nostalgie. Ja, ich finde, ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, einfach dieses, ey, Fans machen mittlerweile einfach bessere Pokémon-Spiele als Game Freak selbst, einfach weil da mehr Liebe drin steckt, so von wie man die Spiele machen will. Weil die halt einfach mit Pokémon auch aufgewachsen sind, was ja scheinbar bei Game Freak bei den Mitarbeitern nicht bei allen der Fall ist. Nee, nee, und klar, wir sind nicht mal die Zielgruppe, das darf man auch, muss man akzeptieren, wir sind einfach nicht mal die primäre Zielgruppe für diese Spiele, aber es ist trotzdem irgendwo, behaupte ich einfach mal, dass mit meiner nostalgischen Brille, dass die Spiele damals irgendwie besser waren oder mehr Quality, beziehungsweise Qualitätssicherung hatten, dass es nicht, so ein Scarlet und Weidet kann Fun machen, aber das wäre 2003 nicht gepublished worden, wenn es nicht smooth gewesen wäre. So, da hätte man es nicht einfach rausgehauen, so. Ja, dafür hast du Rot und Blau dann halt in ihrer komplett verbackten Form so rausgebracht. Absolut, absolut, so, das stimmt. Oder grün, ja, noch schlimmer in Japan, ja. Die dann aber mit Blau ja gefixt wurden und mit Gelb dann ja nochmal, so, ja, ist am Ende dasselbe Spiel, ist dreimal gefühlt rausgekommen. Ja, der Spaghetti-Code ist trotzdem, glaube ich, noch da gewesen, gut bis Gold und Silber. Aber da war es ja zumindest, du hattest keine Framerate-Probleme und sowas, das Spiel war ja durchspielbar, du konntest es kaputt machen, wenn du Bock drauf hattest, aber ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass es verbuggt war im Sinne von, okay, ich komme jetzt nicht weiter. Ja, die haben nicht so. Die, sagen wir mal so, die Ansprüche sind ja andere, wie vor 20 Jahren. Die haben sich ja damals eben auch noch auf einem Feld bewegt, wo du auch wenig falsch machen konntest, ne. Wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt irgendwie irgendeinen 3D-Action-Adventure oder so, dann wäre das vielleicht halt eben auch komplett lecker und verpackt gewesen. Aber dadurch, dass sie halt diesen Stil genommen haben, wo man halt eben gerade auch noch für Händ hält und so, ich glaube, das hat dann halt auch viel vereinfacht, ne. Safe. Sodass dann eben, wie du sagst, nur so hinter den Kulissen überhaupt Probleme dann klar wurden. Aber ey, am Ende sind wir alles keine Entwickler und können da jetzt auch keine, sag ich mal, abschließenden Urteile geben. Nur als Konsumenten tut es manchmal im Herzen ein bisschen weh, aber auch da muss es eigentlich nicht. Die alten Spiele gibt es ja immer noch und man sieht, wie du eben gesagt hast, es kommen ja auch immer noch für uns gute neue Spiele raus, wenn man sich die Fanbase anguckt, die halt echt kreativ ist. Deswegen soll Game Freak machen, was sie wollen. So, jeder hat irgendwie schon sein Pokémon. Da muss man nicht groß jetzt rumhaten. Ja, die Generation hinweg. Nee, das ist absolut nicht so, weil am Ende, sie werden weitermachen. Die Spiele verkaufen sich ja geisteskrank. So, daher, falls sich das nicht ändert, wird, glaube ich, einfach so weiter, wird das weitergeführt, wie sonst auch immer. Und jetzt ist ja in fünf Tagen ist ja der nächste. Ich wollte gerade sagen, es ist bald so eine Pokémon Direct, ne. Ja, genau. Es ist halt wieder Geburtstag. Ich glaube, 27. Februar ist das immer. Und ich schätze, dann mal werden die neuen Spiele auch wieder angekündigt, weil es ist ja jetzt seit 2022 kam, ja, Skadet und Weidet raus. Krass, auch schon wieder anderthalb Jahre her. Ja, es werden diesen Herbst dann zwei Jahre her sein. Meistens bringen die ja so im November immer irgendwas raus. Ja. Und dann mittlerweile hat sich es ja jetzt so established, keine Special Edition mehr, sondern Base Games und dann das Jahr darauf, dann DLCs und dann halt, ja. Genau. Aber ja, ey, Leute, wir können wann anders gerne nochmal weiter drüber tippen. Nächste Woche. Genau, nächste Woche, wenn das Announcement steht, und uns darüber beschweren, was nicht announced wurde, wie zum Beispiel Gold und Silber, Let's Go. Ich sage einfach nur auf meiner Bingo-Karte, wir werden immer noch nicht die Game Boy Color und also generell die ganzen bis Game Boy Advance-Spiele nicht auf der Switch kriegen. Aber eine Let's Go-Version? Gar nichts. Ich glaube, das ist halt wieder dieses Ding so, die hatten es auf dem 3DS, auf der 3DS E-Store oder E-Shop ist ja letztes oder vorletztes Jahr offline gegangen und dadurch konntest du die dann halt nicht mehr downloaden. So Rot-Blau, Gelb, Gold, Silber, Kristall und so. Und die sind bis heute ja noch nicht auf der Switch, geschweige denn Rubin, Saphir, Smaragd. Also mein Money ist, zumindest vom Wunsch her, auf Let's Go, Sianna, Let's Go nach Tara. So, das wäre tatsächlich ziemlich nice. Ja, so ist es in die Richtung halt. Ja. Gold und halt Yoto, Let's Go. Ja. Weil Pikachu und Evoli hat sich ja, so wie ich das verstanden habe, sind das immer noch mit die beliebsten, beliebtesten Spiele, die so auf der Switch rausgekommen sind? Die sind halt nicht broken. Die sind halt komplett nice, genau. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass man eventuell nochmal versucht, in die Kerbe zu schlagen. Und wenn das dann genauso gut ist, dass sich die Leute darüber dann vielleicht mehr freuen, als über ein eventuelles Remake von Gen 5 oder auch von Gen 10 oder sowas. Weil müssen sie ja auch schauen. Ich meine, Gen 10, das kommt nicht oft vor. Damals, als Rubin und Saphir rausgekommen ist, haben wir nicht mal dran geglaubt, dass wir so lange leben, bis Gen 10 rauskommt. Aber ich glaube tatsächlich, Gen 10 muss Game Freak da ein großes Ausrufezeichen setzen. Eigentlich ist da meine Hoffnung auch, dass die da sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass da noch nichts dieses Jahr angekündigt wird, sondern dass die sich da ruhig auch mal drei, vier Jahre für Zeit nehmen. Ich glaube tatsächlich, wir werden... Ja, ich glaube aber, dass das Ding, so sehr ich mir das auch wünschen würde, dass die... Gibt mir einfach diesen Let's-Go-Stil, to be honest. Weil der sah schon sehr fresh aus für die Konsole. Klar, ein bisschen immer noch kindlich, aber es sah schön aus. Die letzten Spiele sehen ja alle wack aus. Und on top glaube ich aber nicht, dass wir da mehr Developer-Time kriegen. Ich glaube einfach, Gen 10 wird nächstes Jahr kommen, 2025, weil dann sind es wieder drei Jahre. So, es ist ja immer gefühlt, jede neue Gen kommt in so einem Dreijahresrhythmus. Und was ja dieses Jahr tatsächlich auch viel diskutiert wird, dass die Switch 2 halt announced wird und rauskommt, weil die ist ja jetzt auch im siebten Jahr schon so, dass da halt eine neue Konsole kommt und dann Gen 10 mit der... Das ist genauso teuer wie vor sieben Jahren. Das ist so frech. Ja, aber am Ende weiß ich nicht. Das ist halt... Switch ist so... Ja, egal. Ja, aber die Playstation wird nach einem Jahr die günstiger und die fucking Switch... Ja, aber es kommt jetzt auch schon in ein, zwei Jahren die PS6 raus. Wurde jetzt auch schon wieder angekündigt. Ja, glaube ich nicht. Ja, doch, es ist halt... Jetzt PS5 tatsächlich haben sie ja und dann lasst uns wirklich über das Chapter reden. Aber PS5 ist ja wirklich, die haben ja, die Sales sind ja nicht gut. Also die verkaufen sich zwar, aber wie du schon gesagt hast, normalerweise wird eine PS eigentlich nach ein paar Jahren günstiger. 2013 kam die 4 raus. Ich habe meine 2016 für die Hälfte des Preises geholt. Einfach weil die dann halt neue. Dann kommt die Pro-Version raus. Dann kommt eine Slim-Version meistens. Dann hast du halt verschiedene Modelle. Und jetzt ist es gerade so, es gibt ja nur gefühlt noch die Base-Version mit Disk und ohne Disk. Aber du hast bisher keine Pro-Version. Du hast keine Slim-Version. Und der Preis ist ja aufgrund dieser ganzen Chip-Shortage, was ja war, immer noch sehr stabil. Und ich schätze auch mal, meine These ist, dadurch, dass halt Corona und alles Mögliche war, dass entsprechend auch diese Gen 9, was ist das jetzt gerade von der Playstation? Ist das die, welche Spiele von Sola? Die 5. Da fangen wir gar nicht an. Dass die auch einfach verlängert wird. Ich kann mir nicht forschen, weil... Ja, ich kann, ich muss mir das halt nochmal zu Gemüte führen. Wie gesagt, ich habe da eigentlich schon ziemlich konkrete Nachrichten gehört, dass eben die Sony die PS5 schon abgeschrieben hat und jetzt schon aktiv die PS6 plant und vorbereitet. So, das ist, was ich mitbekommen habe. Wie gesagt, keine Ahnung, so, das ist halt nur gerade, was ich jetzt mir hoffentlich nicht ausgedacht habe. Nee, das behauptet ja niemand. Das geht nicht um Auslängen. Ich glaube nicht, dass die Gen verlängert wird. Mir geht es eher darum, dass halt der Cycle dieser Konsole gerade einfach nicht der typische Cycle ist, wie man es hat, sieben Jahre und dann kommt die nächste, sondern es ist halt durch die Chips und durch Corona, durch tausend Sachen, die passiert sind, einfach so, dass halt, ja, es nicht so läuft, wie es wahrscheinlich laufen sollte. Und ich stimme dir da ja eigentlich zu, Victor. Ist ja ähnlich wie wahrscheinlich bei damals mit der Wii U, wo niemand halt da lagst, nach Marketing, so, dass alle dachten, das wäre ein Accessoire. Da hat ja die Nintendo auch sehr schnell gecheckt, Alter, die Konsole wird sich nicht besser verkaufen. Und dann wurden die Resources ja in die Switch gepackt, wodurch die Switch ja, ich glaube, eine der best oder meistverkauftsten Konsolen überhaupt wurde. Das wird jetzt ja alles anders. Ich meine, wenn ich mir meinen Fernseher angucke, da kann ich theoretisch Xbox-Spiele drauf spielen. So, da muss ich nur einen Controller dran anschließen. Und das ist halt, können wir sagen, was wir wollen. Das ist halt die Zukunft. Die Zukunft sind Komplettlösungen, All-in-One-Lösungen und nicht extra Kästen, die man sich irgendwie dazu kaufen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns jetzt schon, und du sagst, es ist eine weirde Gaming-Gen. Ich glaube, das ist eh die letzte offizielle Gaming-Gen. Und selbst wenn sowas wie eine PS6 rauskommt, dann wird das halt einfach PS Next oder so ein Scheiß und wird dann einfach jahrelang geupdatet und niemand wird mehr von Gens sprechen. Ich meine, Xbox hat ja jetzt auch gesagt, so, ey, irgendwie, ne, für uns ist Subscriber wichtig und nicht Hardware-Verkäufe, ne. So, die Branche, die richtet sich da eh jetzt im Moment so ein bisschen in eine andere Richtung aus. Ja, der Markt verändert sich halt einfach, ne. Auch gerade einfach, weil, ja, es lange Zeit jetzt so ist, wie es war und vielleicht wird es dann halt eben disruptiv einfach mit der Zeit wieder. So wie Oda mit dem Start dieses Chapters, der disruptiv war, indem er die Blackbeepiraten dann doch zeigt, ne. Ja, zumindest für uns. So, wir waren ja, ne, wir denken ja immer, wir haben die weiße Milöffel gegessen und, äh, dass die Blackbeepiraten immer noch York abholen werden. Was übrigens auch nicht mehr passieren wird, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn sie es nicht schon gemacht haben auf Screen. Das ist halt die Frage, was war die official Mission, ne? Weil wir haben ja auch letzte Woche darüber diskutiert, dass Saturn wahrscheinlich, die, sein Face zu kriegen, ein netter Bonus war und nicht der eigentliche Plan, weil eigentlich konnten sie nicht wissen, dass er da ist. Ne, die haben es ja auch mehr oder weniger, so Katharina Devin hat es ja auch so, so mehr oder minder gecallt. Die hat ja gesagt so, Mensch, was für eine schöne Überraschung, dich hier anzutreffen. Ja, sie hat gesagt, äh, was haben wir denn hier? Ein, äh, ein Weltaristokrat, der am Boden liegt. Das hat sie zumindest, äh, in unserer Übersetzung so gesagt. Also sie hat nicht von per se eine Überraschung gesprochen. Ja, aber es wirkte so. Man könnte es auch, man könnte es auch als sarkastischen Kommentar auffassen. Also, ne, nicht, dass du so ein Richter hast, aber, äh, am Ende des Tages ist es alles noch im Unklaren, ob das ihre Mission war, ob sie eine andere Mission hatten. Am Ende des Tages haben die aber scheinbar trotzdem ultra viel Glück gehabt, weil nicht nur, dass sie ihre Mission erledigt haben, sie haben anscheinend dann noch zwei Boni dazu bekommen, nämlich zum einen eben, äh, Saturns Gesicht und zum anderen Karibu. So, also mal wieder die Blackbeard-Piraten, die, äh, ja, ihr Impel-Down-Glück sozusagen fortsetzen. Ja, nur dieses Mal auf Eckert halt. Die Abstauber, das sind ja wirklich die Abstauber. Komplett. So, deswegen, ich bin da echt mal gespannt, äh, wie Blackbeard solche Infos aufnimmt und ob es dann tatsächlich demnächst dann noch zu Tower-Defense-Staffeln auf Fishman Island oder so kommt, wo die Ströte dann zurückrushen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass das Punkte für das Finale-Finale werden, so dieses, die ganze Welt steht im Chaos und dann ist halt, was macht die Ströte-Bande jetzt? Weil das ist ja der, die ultimative Challenge, die du haben kannst. Dieses auf einer Insel zu sein, die Probleme einer Insel zu lösen, ist okay. Aber wenn du jetzt an fünf Orten gleichzeitig sein musst, dann entscheid mal. Und das ist ja generell in Storys ja immer dieses mit, je weiter die Story geht, desto größer müssen ja die Krisen sein, desto größer müssen die Konflikte sein. Und, äh, ja, wenn Blackbeard auf einmal wirklich die Fischmenscheninsel oder Warno attackiert oder so, dann wird's halt interesting. Weil ich glaube, dann wird die Flotte relevant. So dieses, ey, vielleicht schickt man dann doch nicht die Ströhut-Bande direkt hin, sondern Hyrodin mit seinen Leuten oder keine Ahnung. Ja, oder die Ströhüte selber splitten sich. Ich meine, Blackbeard macht das ja jetzt schon. Die teilen sich ja schon auf und, ja, machen so ein bisschen Arbeitsteilung. Ja. Es ist ja generell die Frage, weil, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber dieser ganze Krieg, wir gehen ja alle davon aus, ja, 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 die Ströhut-Bande, Red Line im Porch steigen und dann Mary Joa, Krieg gegen die Weltregierung. Aber was ist, wenn der Krieg halt wirklich an mehreren Locations stattfindet und nicht an einem Ort, sondern eben auf der ganzen Grand Line, so, und es dann wirklich der Krieg um die Welt sozusagen halt ist, ne. Daher mal schauen, wie Oda das halt schreiben wird und, äh, was da die beste Lösung auch sein wird. Weil dieses ständig hin- und herspringen zwischen allen Inseln ist wahrscheinlich auch voll der Hackneck dann, wenn du es schreiben und zeichnen musst. Aber genauso, äh, ja, kennen wir genügend Arcs, wo Oda ständig hin- und herspringt. Und dazu sei gesagt, jetzt haben wir halt diese gigantische Welt, jetzt nutzt sie am Ende auch wirklich so. Deswegen wird sie aufgebaut. Genau, ich will ja, dass wir quasi mehrere Plots dann auf einmal auf Alabaster, auf der Fischmänncheninsel, auf Warnow, im Windmühlendorf, whatever, halt die ganzen Orte, die wir besucht haben und die ganzen Leute, wo, wo mir als kleines Kind versprochen wurde, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ich will, dass die sich wiedersehen, so, weil das gehört dazu. So, ich find, Laboom ist da das größte Versprechen von Oda, dass er sagt, so, okay, wir werden das irgendwie alles noch zusammen. Ja, ja, Laboom auf jeden Fall. So, ja, also so sinnbildlich dafür, okay, Laboom wird funktionieren und alle anderen Versprechen, die sie so gegeben haben, werden auch eingehalten werden müssen. Gin, Gin kriegt das Taubost-Treatment. Letztes Chapter. Da auch Gin auf, der mit Sanji dann redet. So, ah, endlich treffen wir uns wieder. So, und dann, ja, okay, am Ende der Story. Für mich war das... Mein Call ist ja eh, dass Sanji mit, mit Pudding das Barathe übernimmt und dann wird da Gin einfach landen. Ja, probably. So wie beim ersten Mal. Ein shitty Cook. Ja. Der fängt dann da auch an. Ja, genau. Ja, maybe. Vielleicht. Vielleicht wird auch bedeuten, dass Sanji mindestens eins an der Füße verliert und durch Holz ersetzt. Ja, vielleicht übernimmt er sich ja bei seinen Kämpfen mit dem Bein. Da muss es amputiert werden. Ja, vielleicht ist Sanjis Modifikation auch noch nicht perfekt wie bei den anderen Geschwistern, wodurch Sanji dann halt Körperteile verliert. Oder irgendjemand mit einem Laserschwert schneidet es ihm ab. Wer weiß. Ja, aber tatsächlich in dem Chapter, wir kriegen die Schlacht der Marine vielzeit mir reden gegen die Pazifista. Heiß ich nicht. Fühlt sich für mich wie ein bisschen Filler an. Okay, wir kriegen jetzt die Namen von denen. Das ist schön. Es ist halt im Kontrast zum letzten Chapter, wo wir halt die Ströte gesehen haben, die halt Dinge tun, sehen wir halt jetzt die Marine-Seite. Was bei denen so geht und was die so für Pläne haben. Du sagst es genau, man kriegt die Namen. Die gute Bluegrass. Die hatten wir sogar schon. Bluegrass, Doberman kennen wir ja schon. Ja, aber Guillotine und Hound und Tosa. Übrigens, Benni, sag mir bitte, dass du dein Finisher-Move dann auch Benni-Crunch nennst. Ich meine, wie armselig ist es, sein Finisher-Move nach seinem Vornamen zu benennen. Der Henry-Kick. Aber das hat man doch immer mal wieder, oder? Ja, aber komm. Das ist nicht das erste Mal. Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich meine, die Marine ist da echt uninspiriert. Es gibt halt, keine Ahnung, im Basketball gibt es ja immer die Signature-Shots, die die Leute dann halt haben, wie der Fade-Away oder, keine Ahnung, der von Karim Abdul-Jabbar mit der Hook, die er halt hat. Ja, guck stell dir vor, dass wir da einfach heißen Karim Abdul-Jabbar-Shot. Ja, oder generell halt einfach, ja, ich finde, das ist auch sehr wack, so, dass man einfach sein... Zumal er halt einfach nur mit Rüstungshaki besetzte Hände besetzt. Ja, der macht einen so auf Wisch bestellt, garb. So einfach, ja, ich bin auch Vize-Admiral und ich habe auch Haki. So, ja, willkommen. Zehn-Finger-Crush. Ich glaube, der Typ ist stärker, als Lucky damals war auf wenigstens Lobby. Sage ich, wie es ist. Der hat bestimmt die 6, Formel 6 komplett gemeistert. Ja, generell, Fizz hat mir, also mich wundert es nicht, wenn er es könnte, weil, wenn selbst ein Corby Dinge konnte und der war, was war ein Corby pre-Timeskip, Alter, so ein, der war ja nicht mal Captain, der war ja unter einem Captain und der hat schon... Ja, quasi genau, einfach nur so... Lieutenant oder so. Ja, und da, also auf Water 7 hatte er ja dann einen neuen Rang und Helmepo ja auch und da konnte der ja schon Zoro einsetzen und selbst Kinder von Big Mom, dieser Charlotte Ewan, der Ruffy mit seiner fetten Kugelkeule da weghaut, selbst der konnte, ich glaube, ein oder zwei Techniken der Formel 6, also... Ja, klar. Aber hieß es nicht auch, dass Fizzat Merele... Nee, Haki müssen sie gar nicht sagen. Haki müssen sie können, tatsächlich. Aber von Formel 6 ist das nie die Rede. Mann, ich kann mir vorstellen, so, wenn du da auf Marineford irgendwie trainierst oder im Marinehauptquartier, dass da halt auch ein bisschen... Ja, ey, hier ist der Dojo, der Haki-Dojo und daneben ist dann so der Formel 6. Ja, keine Ahnung, guck mal, Fingerpistolen-Dojo, da geh ich und... Ja, wie bei Digimon halt. Dann gehst du da, trainierst Fingerpistole und wenn du dreimal richtig auf Kreis drückst, dann kriegst du noch einen Bonus. Wobei ich sagen muss, Formel 6, gerade Fingerpistole, so mit Haki, hat nur jetzt Lucky neulich... Oder hatte Lucky das jetzt überhaupt benutzt in seiner Awakened-Form? Ja, ich glaube, für Lucky ist die Fingerpistole sein Signature-Move. Ja, aber mit Haki? Ja, probably dann, ne? So, ich meine, das erste Mal, dass wir das hier so sehen, also ich muss ehrlich sagen, der Angriff, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, ist deutlich gefährlicher als alles, was wir auf Enix Lobby gesehen haben, was jetzt so Formel 6-Meisterhaftigkeit angeht. Ja, Formel 6 auf jeden Fall. Ich würde sagen, die 3 von Ruffy, auch ohne Haki, war schon sehr zerstörerisch. Ja, ja, klar, aber wenn da jemand mit so einem gemeisterten Armament-Haki und einer 10-Finger-Pistole ankommt, ich glaube, der reißt da jem erstmal Loch in den Bauch, der da rumlief zu der Zeit. Für mich ist, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen normale Rüstungshaki-Attacke haben so ein bisschen den Wert verloren, weil einfach jeder es irgendwie macht und für mich war so dieses Vergo oder Pika, die so full Rüstungshaki dann halt machen, da dachte ich immer so, ah krass, die haben's drauf. Aber selbst die wurden beide gewoneshottet. War Pika nicht genau das Beispiel? Ja, ja, genau, das meine ich halt so. Für, ja, fuck you mit deinem Ganzkörper-Haki. Genau, das meine ich halt so. Vergo, gut, Vergo hatte Pech, weil er gegen Lor gekämpft hat, aber Pika wurde ja einfach und der war dann kaum. Ja, ja, das Haki war zu schwach. Das war ja wirklich Pika, wo der Kampf ging nur so lange, weil Pika die ganze Zeit geflüchtet ist. Es war ja nicht dieses, die haben einen richtigen Clash offeneinander. Zeug hat, glaube ich, gefühlt keine Wunde kassiert in diesem Kampf. Ne, Pika hat so ein bisschen funktioniert wie halt dann später auch Cracker, so, die halt einfach, ja, du musst den echten Körper rauskriegen und der hält halt nix aus. Apropos Cracker, ich hab jetzt die Folge gesehen, wo er zerkruncht wurde von Aokiji und Van Ogre, der gefühlt wirklich aktuell überall ist. Kann auch überall sein. Ja, genau. Aufgrund seiner Fähigkeit. Das war echt cool gemacht. Das war echt nice. Muss man sagen. Ja, safe. Ja, aber dieser Tosa Crunch, den hier der gute Vize-Admiral Tosa ausführen will, nachdem nämlich die Vize-Admirale sich einig darüber waren, okay, ist zwar scheiße, aber die Pazifista-Kontrolle ist im Moment bei Bonny. Vegapunk hat sie gegeben. Vegapunk ist also Rebellen-Abschaum und eigentlich war die Idee, okay, fuck, jetzt müssen wir gegen die Pazifistas kämpfen, aber dann hat, ich meine, es ist Dobermann, die zünden die Idee, nee, 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 wir machen, nee, oder Guillotine ist das, glaube ich. Guillotine oder Dobermann, die dann sagen so, yo, dann müssen wir Bonny killen, um zumindest die Kommando-Kette zu unterbrechen. Und ja, dann sehen wir den guten Tosa in seinem Naruto-Run quasi fast schon, wie er da angerannt kommt. und die haben Bonny relativ schnell ausfindig gemacht, wie sie sagen. Der meint ja schon hier, dass er sie schon länger verfolgt und hinter denen her ist sozusagen und auf denen Fersen war. Man vergisst so ein bisschen, dass ja auch ein paar von den Marineleuten ja schon auf diesem Schlachtfeld waren, weil nur die ja die Autorität auch hatten, Saturn sehen zu dürfen. Genau. Ja, dann war er halt einer davon, scheinbar. Aber bevor es dazu kommt, wird der gute Tosa geblueballt, denn eine riesige Keule fährt auf ihn herab, beziehungsweise sogar eine Axt. Wahrscheinlich ist der komplett Matsche, der arme Junge. Alles, was da rausragt, sind halt hier ja genau sein Unterkörper, seine Beine sieht man da noch. Aber sonst hat er wahrscheinlich so ein bisschen den Kinnamon gemacht. Und ja, Dogi und Brogi stellen sich Frankie hauptsächlich vor, den sie ja sonst nur von Steckbriefen kennen. Das finde ich übrigens auch ein sehr süßes Detail, dass Oda hier mal so ein bisschen nachzieht und halt sagt so, yo, die haben sich schon informiert, weil die halt gedacht haben, dass die Strüter wahrscheinlich ein bisschen mehr Mitglieder gehabt haben und haben eben so auch Frankie erkannt. Nee, eben nicht. Nee, die meinen ja, du siehst ein bisschen anders aus. Die sagen ja hier, but none of you look familiar. Frankie hat ja die Thousand Sunny als Kopfgeldposter. Ach ja. Der hat ein Fake-Poster. Du hast, nee. Vorher war er Frankie Shogun, jetzt hat er den Kopf der Thousand Sunny als Kopfgeldposter. Boah, das habe ich komplett vergessen. bei mir im Zimmer hängt halt auch immer noch der Frankie Shogun. Ja, er hat auf jeden Fall auf jeden Fall darüber hat er sich ja so krass aufgeregt, wieder so, schon wieder haben sie es falsch gemacht. Ich meine, ändert halt nichts daran, dass die sich trotzdem die Mühe gemacht haben, sich zu informieren, theoretisch Frankie kennen müssten, aber ja, erkennen ihn hier halt dann genau deshalb, habt ihr mich richtig korrigiert, nicht wieder. Genauso eben wie Atlas, Bonnie und wer ist da noch dabei? Nee, die sind noch anders, Nee, Bär ist auf Atlas Rücken. Stimmt, du sagst es, Bär ist sich auf Atlas Rücken, genau, die vier und ja, sie freuen sich halt sehr schnell an, es wird alles sehr schnell aufgeklärt und sammeln sie ein, ne, während andere Riesen den so ein bisschen den, nee, andersrum. Die anderen Riesen sammeln die ein. Verflucht, Leute, sorry, ich habe das Chapter heute nur zweimal gelesen vorher. Ich habe es auch nur einmal gelesen. Genau, Dori und Brogi. Ich bin nur gerade zufällig auf der Seite, wo halt die anderen Riesen sie aufnehmen. Genau, Dori und Brogi sind nämlich diejenigen, die weiter die Stellung halten und weitere Strohüte suchen gehen, während halt ihre Verbündeten dann die Strohhüte und Co. aufnehmen und mitnehmen. Und erschreckend ist für mich, dass das jetzt echt nicht viel Handlung war, wir aber schon bei Seite 10 von 14 sind. Und es ist ein sehr kurzes Chapter, muss man sagen, denn alles, was hier jetzt sozusagen noch vor dem Highlight passiert ist, dass die verbliebenen Viehzeiten Relivien noch nicht benannt gekriegt haben, nämlich Urban und Pomsky halt davon Wind bekommen, dass eben der gute Jeser Tosa weggecruncht wurde und sich da jetzt selber ein Bild auf der Insel verschaffen wollen. Und Bluegrass, ich sage, oder wurde uns ja schon gezeigt, die Teufelskraft, der fällt mir auch erst jetzt ein, während ich mit euch drüber rede. Ich habe das heute gelesen und gedacht, oh, das ist ja eine neue Teufelsfrucht, was macht die denn da? Und jetzt, während ich mit euch rede, fällt mir ein, ja, die hat doch diese Steuerfrucht, die Reitfrucht, genau, Reitfrucht, so rum, dass sie halt Sachen reiten kann und nimmt auch die gute Vizeadmirailin Doll mit. Und eine kleine Juicy-Info, die wir natürlich daraus bekommen, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon wussten, aber dass Doll sich bei, in Sauros, sozusagen, Trupp befunden hat, die ja meint, dass sie schon vor 20 Jahren einen Riesen als Anführer gehabt hat und dann Bluegrass sagt, ah, du meinst Sauron, ja, ich weiß, wen du meinst. Den Namen auch noch mal kurz reinsprinkeln hier, um noch mehr Parallelsoare aufzubauen. Auch nicht nur einmal, schon auf den paar Seiten vorher, wo sie halt mit den anderen Riesen drüber reden, dann wird ja auch davon gesprochen, so, ah, okay, Vegapunk, das ist doch derjenige, den der Gelehrte da angesprochen hat und der Gelehrte ist halt Sauron. Das ist immer noch, das muss ich leider sagen, für mich schwer, weil er halt, während er auf O'Hara war, schon dümmlicher dargestellt wurde, Sauron, und jetzt, er wird natürlich in 20 Jahren smarter geworden, sein, wahrscheinlich hat er auch viel gelesen von den Büchern, vielleicht ist ja auch dadurch erst der Drang entstanden, sich Wissen anzueignen durch Robin, durch das, was auf O'Hara passiert ist, aber, ja, ich finde es halt interessant, dass er halt so als der Scholar oder auch, dass er halt so als voll eine wichtige Figur irgendwie angesehen wird, obwohl er halt wie der typische, ja, Flashback-Charakter eigentlich war, so dieses, ey, der inspiriert die neue Generation und stirbt dann, aber ja, da hat sich Wurder gedacht, nee, reicht wohl, wenn hier Nico Olvia nur stirbt und der Sau und Kleblatt, und Kleblatt, ja, und generell das ganze Dorf, und das ganze Dorf, ja, die wurden aber bestimmt auch noch alle entführt und nicht getötet, verschleppt, verschleppt, ja, das Ding ist halt, ich finde es cool, dass wir so ein paar neue Riesendesigns bekommen, wir haben diese zwei Boys, ich hätte auch nicht gedacht, dass Boogie und Boogie direkt schon auf die Insel kommen, also es geht halt auch gerade alles sehr, sehr schnell, von ey, vor zwei Chaptern im Cliffhanger wurden sie gezeigt, dann haben sie im letzten Chapter ein bisschen gekämpft, jetzt sind sie schon auf der Insel und nehmen die Strohhüte mit, ist dann alles, alles gerade so ein bisschen Speedrun-mäßig. Ja, im nächsten Chapter sind sie dann wahrscheinlich, claschen sie auf Saturn, Ja. Das wäre interesting, so Boogie und Boogie. Also sie sind ja zumindest schon mal auf dem Weg dahin. Ja, safe. Ich frage mich, weil er nennt zwar Menschen Insekten, glaubt ihr, dass er Riesen auch als Insekten bezeichnet, oder hat er für die eine andere Beleidigung, die er dann halt nimmt, weil Saturn ist ja heftigst rassistisch, der wird ja wahrscheinlich gegen dieses isolierte Land von Riesen nicht irgendwie positiv über die reden, oder? Ja, aber ich glaube, die sind für den auch Insekten, nur größer. Alles, was halt nicht im ist, sind glaube ich Insekten, wenn hinter verschlossenen Tönen wird er bestimmt nur die Tenryubito-Insekten nennen. Ja, ganz ehrlich, als ob die Gorosei sind auch Insekten. Ja, als ob die Gorosei nicht locker room talkmäßig über andere Tenryubito-Listern. Das darf natürlich niemals rauskommen, aber kannst du mir nicht erzählen, dass... So, dieser Carlos, kannst du mir glauben, wo er neulich wieder seinen Lümmel reingesteckt hat? Ich dachte, ich dreh durch. Ja, die Idee gerade dafür kam ja auch einfach, weil die ein gemischtes Hack so ein bisschen darüber geredet haben, dass so, keine Ahnung, irgendwelche Königsfamilien auch, wenn die von Location zu Location fahren, dann wahrscheinlich auch so locker room talk, manchmal mit dem PR-Berater gewatschen und dann so, oh, nicht schon wieder ein Kinderkrankenhaus, Alter. Boah, ja, fuck, Alter, ja, was muss ich da gleich? Ja, okay. Nicht schon wieder Hände schütteln. Ja, genau. Deswegen, was da auch interessant ist, die haben neulich, weil ab und an droppen die halt auch ein bisschen Anime-Talk, aber halt so auf mal geguckt, aber danach wurde das Thema nicht so passion, wie jetzt bei uns. Also auch durch RTL 2 Sendungen geschaut, aber nie, nie weiter verfolgt und dann hatten wir letztens tatsächlich über Detektiv Conan geredet und da fand ich sehr, sehr witzig, was Felix im Kopf noch hatte davon, weil er meinte, ja, war das nicht so ein Baby oder so? Oder Tommy, war das nicht so ein Baby, was ein Detektiv dann war? Nee, nee, der war schon irgendwie größer und dann wurde der kleiner. Ja, ja, aber das war doch ein Baby, oder? Dann dachte ich halt auch so, ey, das ist so interesting, einfach gar nicht um zu bashen oder so, aber dieses, wenn man es gar nicht weiter verfolgt hat, was einfach so einem hängen geblieben ist von dieser Sendung damals, hatte, weil ich habe ja Conan auch tatsächlich aktiv nicht in der Zeit geguckt, aber so, ja, wenn man da, man hat halt so eine verzerrte Erinnerung einfach an das Ganze, ne? Daher, ja, aber hier in dem Chapter, Riesen, Saturn, Locker Room Talk. Viel Zeit mir redet, die auf dem Weg zur Insel sind. Ja, Viel Zeit mir redet, die auf dem Weg zur Insel sind. Glaubt ihr, dass es da vielleicht doch noch ein bisschen einen Kräfteausgleich kriegt, gibt, wenn Leute wie Dole und Bluegrass vielleicht auch auf der Insel auftauchen und dann eben nicht nur Tohsa da alleine gegen die Riesen kämpfen muss? Ja, Bluegrass, die reitet im nächsten Chapter dann Saturn, ne? Das wäre natürlich eine Ansage. Ja, oder sie kriegt da wirklich einen, der Riesen zu fassen oder sowas. Glaubt ihr, das ist halt gerade so dieses Ding auch, weil wir mit, wie heißt sie, wie heißen die jetzt, die Sauru erwähnt hat? Dole. Dole. Die wurde ja auch zu Beginn des Ackett-Arcs gezeigt, die war ja auch auf der Basis, da wurde ja auch gesagt, ey, nee, wir können Korbi jetzt nicht helfen, ist halt Pech. Gehörte die nicht auch dann zu Saurd? Nee, die gehörte tatsächlich nicht zu Saurd, weil die hat halt nicht eine extra Saurd-Introduction bekommen, sondern nur halt die Prinz Gras und die anderen, die da mit am Start waren. Ich fahre mich halt immer noch, ob hier, und es wird mit jedem Chapter eigentlich weniger, dass die Marine immer noch sich splittet, so, weil wir haben jetzt am Ende des Chapters ein Announcement, was ja gedroppt werden kann, wo wir ja gleich zukommen, was das sein könnte oder welche Infos das beinhaltet. Glaubt ihr, dass das dann nicht zu so einem Turning Point bei so jemandem, wie halt auch Dole, führen könnte, weil die eben den Sauru ja auch kannte damals und Sauru, würde ich mal behaupten, war nicht unbeliebt, also wahrscheinlich bis zu dem Punkt, wo er das Marineschiff zerstört hat, ab da kam der Turning Point und die Propaganda über ihn, aber vorher kann ich mir den schon sehr respectable vorstellen und gerade die Leute, die unter ihm gesegelt sind, dass die den gemocht haben und vielleicht auch verwundert waren, dass so dann später über ihn berichtet wird. Ja, wir sehen ja auch bei Bluegrass, die ja auch jetzt nicht negativ über ihn redet, sondern so, jo, der war harter Typ, so nach dem Motto. Ich glaube auch, dass sich da an der Linie so ein bisschen das dann spalten wird, je nachdem, was Vegapunk genau ausspricht, wird dann ein Teil der Marine auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie Zweifel bekommen, zumindest, ob es da jetzt direkt so krass wird, weiß ich nicht. Ich sage aber auch, dass es viele geben wird, denen das egal sein wird. Safe, ja. Das sehen wir halt, finde ich, hier in diesem Chapter hat Oda das nochmal unterschrieben, weil die reden schon sehr hart und sehr verurteilend, ne, Rebellen abschauen, bla bla bla. es kommt mir halt schon so rüber, als ob da ein paar von denen halt wirklich das Kool-Aid getrunken haben, um mal so eine englische Aussprache zu benutzen. Keine Ahnung, im Endeffekt, wie genau das mit der Marine verläuft. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen über Kisaro reden, von dem wir ja auch schon erwartet haben, dass er schon vor drei, vier Chaptern die Seiten wechseln sollte, was er immer noch nicht, offensichtlich immer noch nicht getan hat, wo man nicht drum rum reden kann, dass er es nicht getan hat. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Marine genau hier drauf reagiert, weil bisher, muss ich für meinen Teil zugeben, reagieren die noch recht unbeeindruckt über den ganzen Wahnsinn, der sich da über sie ergießt. Ja, also ich glaube auch, wenn, wird es nur einige Marineangehörige ins Grübeln versetzen, aber ich glaube jetzt direkt nach dem Arc, dass dann schon, weiß ich nicht, eine Handvoll da auch austreten direkt und die Seiten komplett wechseln, das glaube ich nicht. Nee, dafür gibt es ja eben so Fraktionen wie die Gab-Fraktion und so ein Teil. Genau, genau. Da muss, das merkt man ja auch, in der Marine sind die meisten ja nicht umsonst, sondern irgendwie ja wegen ihrer Variante von Gerechtigkeit und die werden die halt, je nachdem natürlich, wie überzeugt sie als Marine-Soldaten sind, weiter verfolgen. Genau. Das bedeutet, man muss in der Marine bleiben. Ich meine, man darf gespannt sein, ob vielleicht Smoker dann noch den ein oder anderen vielleicht unter seine Fittiche nimmt. Dass der nicht dabei ist. Das wäre eigentlich die Vorlage gewesen. Jetzt noch Smoker hier als Vize-Admiral, der wirklich da rumläuft. Weiß man eigentlich, wo der aktuell ist? Der wollte zu Vegapunk. die Kinder heilen. So gesehen haben sie es ja auch geschafft. Tashigi hat die ja, ne? Ja, aber auch Tashigi ist so, ja, Smoker und Tashigi, weiß ich nicht, immer noch underrated, die Charakter. Ich glaube einfach auch ein bisschen vergessen. Laut dem Color Spread absolut nicht. Ja, Tashigi zumindest nicht. Tashigi zumindest nicht. Ich will dich mal hier so kurz hinzufügen. Ja, I don't know. Ich bin ehrlich so. Es ist halt gerade alles ein bisschen noch Wildcard. Das ist halt viele, ich nenne es mal viele Infos und auch Setups, die Oda gemacht hat, auch gerade mit Kizaru und so, die gerade wirklich noch nicht zu irgendwas führen, außer zum Status Quo, zu den Dingen, die man schon hat. Und ich glaube aber irgendwo auch, dass halt Seiten geswitcht werden im Sinne von mental, dass man sich sagt, ey, so weit gehe ich und nicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Leute die Marine auch verlassen werden, so weil dafür, weiß ich nicht, sind sie auch schon zu tief drin, zu weit in der Position und wie Victor schon richtig gesagt hat, jeder hat ja seine Definition, warum er in der Marine irgendwo halt auch ist. Und man braucht halt auch noch so die Gegner für einen Blue Gilly oder einen, keine Ahnung, Cavendish oder so. Ja, das und zum anderen denke ich mir, es gibt ja gerade keine bessere Alternative. So und da ist halt dann die Frage, ob die Revolutionärsarmee sowas darstellen kann. So, weil die haben ja auch Armeen in jedem Blue, die haben ja überall sozusagen ihre Leute positioniert, wo ich mich auch schon mal gefragt habe, ey, ist das vielleicht eine Idee von Oda, eine alternative Marine irgendwie zu establishen, weil sie sind in allen Blues vertreten so, das heißt, sie befreien ja auch Königreiche, sie helfen ja dem Volk in irgendeiner Art und Weise, wodurch du ja schon eine Parallele auch zur Marine hast und wir haben ja gerade, finde ich auch im Eckertag, gerade wo es auch um Swings Island ging, wo dieser Bruder von Ratte, keine Ahnung, ob es wirklich ist, der ja sich wie ein Pirat verhalten hat und gar nicht wie ein Marinesoldat, der hat Unschuldige angegriffen, der war bereit, Leute zu töten, wenn sie ihm nicht die Infos geben, die er will und gerade auch im East Blue waren ja sehr viele Marinesoldaten, sehr korrupt und so und haben ja mit Piraten zusammengearbeitet oder auch selber einfach eine Stadt versklavt, mehr oder weniger, so, daher weiß ich halt nicht, wie, was Odas Message am Ende sein wird, wodurch man dann predikten könnte, wie sich das halt weiterentwickelt, aber gerade zumindest hier sind ja Setups da, aber gerade mit auch Kizaros Handlungen, in diesem Chapter, ja, weiß ich auch nicht mehr weiter, weil irgendwie, weil Kizaros, ich habe immer noch das Gefühl, sobald halt irgendwie Saturn da ein Auge drauf wirft, muss er halt irgendwie noch seine Fassade irgendwie aufrecht erhalten und kann man ja gleich nur diskutieren, und halt den guten Angestellten. was genau Saturn da alles noch sieht. Ja. Erstmal, ganz ehrlich, ich fand das trotzdem irgendwie alles sehr, sehr seltsam, wie mit Vegapunk der jetzt umgegangen wurde, letztes, dieses Chapter, also, als hätte oder sich irgendwie zu irgendwas umentschieden zwischendurch, weil, warum erst eine tödliche Wunde zufügen, wo es heißt, wenn du bewegt wirst, dann sterbe ich und dann wird er bewegt, stirbt immer noch nicht, kann rumgetragen werden, ist also der, nach Kuma, der zweite Fake-Out, nur um dann zwei Seiten später halt trotzdem noch mal von Kizaru erschossen zu werden, wo ich mich frage, hättest du, ja, dann hättest du doch auch einfach direkt, ich meine, ich kann es verstehen von dem Standpunkt, dass Oder sich wahrscheinlich gedacht hätte, so, ja, aber Saturn hat einen guten Grund, ihn einmal zu töten, ich will aber auch zeigen, wie Kizaru ihn erschießt. Ich versuche mal beides und das wirkt für mich ein bisschen inkonsequenter alles. Und vor allem selbst da scheint er ja dann auch immer noch nicht tot zu sein. Ja. Ja doch, jetzt ist er tot. Da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er seinen letzten Atemzug schon getan hat. Ja, da können wir ruhig jetzt drüber reden oder gibt es noch irgendwas vorher? Wollen wir jetzt schon drüber reden? Ich weiß nicht, wir kommen ja jetzt erstmal eh zu der Szene, wo, ja, wir zum eigentlichen Fleisch der Handlung zurückkommen, nämlich Sanji und Ruffy, die ja immer noch Saturn und jetzt auch Kizaru gegenüberstehen und eben versuchen, irgendwie den ausblutenden Vegapunk zu retten, und zuerst können wir ja, finde ich, mal so ein bisschen darüber reden, dass das hier ja wahrscheinlich dann Saturns Tierform ist, also wo er sich halt jetzt nicht mehr als Spinnenmann gibt, sondern jetzt komplett umgewandelt ist. trotzdem weird, weil er immer noch sehr menschliches Gesicht hat, das haben Zorn-Nutzer eigentlich nicht, so wie ich das verstanden habe immer, wenn der sich in einen Leoparden verwandelt, dann hat er Leoparden-Gesicht oder wenn er sich in einen Bullen verwandelt hat, in einen Bullen-Gesicht. Ja, aber auch Ruffy hat trotzdem seine menschliche Gestalt noch auch in einem Zorn. Ja, aber Nika sah halt so aus. Ja, die Sache ist halt gerade bei Mensch-Mensch-Früchten oder generell jetzt auch hier bei so mythologischen I don't know, ich stimme dir da irgendwo zu, eigentlich sollte er sich in ein vollständiges Tier verwandeln, bei ihm ist aber auch, sein Bart hat sich ja auch verwandelt durch die Zorn-Form, also ich glaube schon, dass das die normale Zorn-Form hier halt ist und oder sich einfach Creative Liberties gibt, wie er es halt zeichnen möchte. Zumindest seine Augen haben sich ja verändert. Ja, genau, es ist halt komplett dem Wahnsinn hat man das Gefühl dann heimgefallen, es ist halt auch wirklich sehr creepy, wie Oda irgendwie hier darstellt, halt mit diesem, ja, so komplett, ja, seelenlosen Blick, der halt, glaube ich, einfach eine Anniedrigung zu viel mitgemacht hat auf dieser Insel, nachdem da halt von Van Oga und Devin noch der Oberdiss kam und die sich dann nachher einfach wegteleportiert haben, was ihn so ein bisschen hier zum Durchdrehen gebracht hat, seine Form aktivieren ließ, wo halt die Frage ist, hat er die Kontrolle verloren, die Zorn-Form übernimmt oder ist das so ein bewusstes, okay, ich gehe jetzt in die Battletrance, so wie Ruffy halt in seiner G5-Form halt ständig am Lachen ist, ist halt das sozusagen die Variante, okay, das ist sein G5 sozusagen, die Tierform und nur noch nach Instinkten handeln, sozusagen. Wäre halt interessant, halt hier auch nochmal genau natürlich zu erfahren, okay, was ist denn eigentlich die Frucht, was genau ist das für ein Wesen, in das er sich da verwandelt, oder ist es am Ende dann trotzdem der klassische Oder-Curve-Bowl und das heißt, ha, 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 das ist eigentlich seine normale Mensch-Form, so sieht der Typ nun mal aus, weil er so krank ist und alles andere sind eigentlich seine Turbis-Frucht-Verwandlung, wo er menschlicher dann aussieht. Ja, I don't know. Ja, ist auf jeden Fall viel Spielraum, ich gehe weiterhin damit, ich glaube, Zoan-Form einfach, ich glaube immer noch ist der Ushioni, weil es gibt dieses eine Artwork von einem Ushioni und das hat schon sehr Ähnlichkeiten, jetzt gerade mit der Form auch die. Meinst du aber nicht die Yu-Gi-Oh!-Karte? Nee, nee, nicht die, weil da wird er ja, glaube ich, aus so einer Vase kommt er ja raus. Er hat auch gar nichts Spinnmäßiges. Nee, nee, nee. Da hat er halt nur diese Bullen-Form, hatte da nicht so eine Sichel sogar noch irgendwie so. Nee, ich weiß, er hat so eine komische Pose irgendwie. Du bist ja im Endeffekt ein Genie mit Bullen-Kopf. Ja, genau. Und das ist halt eher dieses, wie er in der Mythologie auch dargestellt wird, ne, mit den Beinen und der Kopf, der immer noch voll groß ist, dann vom Stier sozusagen die Hörner und so. Da, ich glaube schon, dass das daran noch angelehnt ist, aber ganz ehrlich, oder kann immer Wildcards droppen und nochmal zu dem, ob er jetzt die Kontrolle hier hat. Ist halt schwierig zu sagen, weil er spricht ja nicht in dem Chapter, oder? Nee. So, es ist ja kein Wort, was hier ist. Es ist einfach nur, er läuft ja mehr oder weniger amok hier irgendwie, wodurch man dann halt sich fragen kann, wirklich, ne, ist das jetzt einfach, hat die Zornfrucht ihn übernommen, so, oder ist er einfach zu grumpy und will sich halt jetzt rächen? Ich stelle ihn mir sogar im Anime auch sehr lautlos vor, also natürlich seine Moves, wenn er jetzt irgendwie da mit seinen Krallen irgendwo in den Boden rammt und natürlich hört man das, aber dass er von sich aus auch nicht wirklich Laute von sich gibt. Nee, das würden wir ja sonst hier auch sehen. Genau. Aber es sind ja keine, ähm, Soundeffekt, äh, Symbol oder Marker um ihn herum. Was halt nochmal so dieses Gruselige unterstreicht für mich. Genau. Ja, safe. Ach, keine Ahnung, irgendwie alles sehr spooky, sehr gefährlich irgendwie und doch, ja, irgendwie wirkt's aussichtslos, aber dann doch wieder nicht, weil, oder einfach sich sagt, ja, nee, ich mach Ruffy wieder groß und auf einmal kann er es einfach mit beiden aufnehmen. Ruffy hat hier halt einfach fett, äh, Kaiser-Vibes, ne? Ist halt nicht umsonst einer von mittlerweile nur noch dreien und zeigt hier halt einfach mal, was das bedeutet, ne? So genau so, also, ne, kann man jetzt halt, ich will gar nicht powerscalen, ich will einfach nur aus meinem Herzen sagen, wie ich das finde und zwar, äh, damals, als Whitebeard auf Marineford aufgeschlagen ist, haben Kizaru und Aokiji und selbst Akainu bis ganz zum Ende einen Teufel getan, dem näher zu kommen und, äh, Kizaru merkt halt gerade, dass er sich das gegen Ruffy auch nicht leisten kann, weil er fucking Kaiser ist. So, kannst du jetzt, äh, drüber diskutieren, wie schnell das ging oder so, aber ich finde, das ist angemessen, so, das ist einfach nur so, ey, er fickt dich einfach, er ist der krasseste gerade, so, er hat Kaido besiegt, so, er hat fucking Kaido besiegt. Ja. Die stärkste Kreatur der Welt, so. Es war nach 17 Runden, aber, äh. Dann greift er auch so ein casual, so ein Kizaru und der spuckt am Blut und ist halt wirklich einfach am Arsch gerade. Ich hab generell das Gefühl, diese Riesenform ist halt broken as fuck. Muss sie auch sein. Ich mein, in der einen Hand hat er halt einfach Kizaru drin, in der anderen quetscht er da praktisch irgendwie das Gesicht von einem der fünf Weisen. Also, es ist schon badass irgendwie. Und ich find, wenn man das Bild sieht, ist viel, 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 viel plausibler, warum, äh, auf Mary Joa dieser riesige Strohhut ist, find ich nochmal. Das ist halt einfach Nikas beziehungsweise Joyboys beziehungsweise wer auch immer diese Form annimmt. das ist dieser Hut. Ja, nur hier sieht man leider Raffi Strohhut ganz klein auf seinem Rücken. Genau. Schön, dass er nicht mitwächst. Eben, fast schon, als würde Oda uns hier sagen wollen, so, der Hut passt nicht für die Form. Ja, ich glaub tatsächlich, das ist ja die gängigste Vermutung, ne, von dem OG Joyboy Nika, wer auch immer, dass das der Strohhut ist. Glaube ich mittlerweile irgendwo auch. Gleichzeitig hoffe ich einfach, dass dieser Strohhut in der Vergangenheit ein Symbol für was war. So wie Sarke zusammentrinken ein Symbol für Freundschaft ist, vielleicht war dieser Strohhut ja damals ein Symbol für Freiheit oder für irgendwas und dadurch, dass eben dieser riesige Strohhut von Joyboy Nika eben gefangen gehalten wird, ist es halt auch die Welt, die gefangen gehalten wird, die Freiheit eingefroren wurde, wo ich mir halt denke, weil mein Gott, warum sollte man sonst diesen Strohhut da halt halten? Also irgendeinen symbolischen Wert muss er ja haben. Der Strohhut war dieses Fashion Statement, wie, wisst ihr noch, diese komischen Gummi-Armbänder, die dann so... Freundschaftsbändchen? Was Kupidu-Bändchen hieß? Ich meine nicht direkt Freundschaftsbändchen, das hat so, keine Ahnung, so Fußballer haben das auch immer, so Ronaldinho und so, das war so in den 2000ern, die dann so irgendwie so gegen Rassismus und so irgendwie waren. Ich dachte, du meinst diese geflochtenen Dinger. Ne, ne, ich meine so wirklich richtig so aus Gummi, die man auch noch dehnen kann. Die hatten einfach ganz stumpf halt irgendwelche Farben. Ich glaube, die waren von Nike oder so. Ich glaube, tatsächlich hatte er sogar welche davon. Ja, ich auch. Ich hatte auch welche davon. War ganz stumpf, einfach nur in Schwarz oder nur in Rot oder so. Stimmt, aber aus Gummi waren die. Genau, die hast du dir halt umgemacht und das Statement war halt irgendwie so gegen Rassismus und so was und ja, so stelle ich mir jetzt hier diesen Strohhut vor. Ja, ja. So, das war halt einfach das Fashion Statement. das gab es einfach. Mhm. Crazy. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch wisst, was ich meine. Ey. Und wenn ihr auch welche hattet. Ich hatte auch eine Phase, Alter, das war auch, ich wäre früher immer, als man auch Basketball gespielt hat, dann auch immer Basketball natürlich in der Schule irgendwie mitgehabt, damit man schön 33 in der Pause oder danach spielen kann. Und ich hatte voll oft dann auch so Schweißbänder einfach um die Hand und ich mir so denke, ja, interesting, ey, dass man das dann einfach so normal getragen hat. Das ist so ein bisschen wie bei Digimon, wo die halt alle diese Handschuhe getragen haben. Ja, tatsächlich, habe ich, als ich im Gym damals angefangen habe, irgendwann 2011, 2012, auch Handschuhe gehabt, so diese Fingerlosen. Ja, genau, diese Fingerlosen. Ja, heutzutage denke ich mir so, ey, why, Alter? Doch, ich trage die tatsächlich doch im Sport. Echt, echt, ich gar nicht, Alter. Wer kommt da drauf an? Ich glaube, weil ich mir sonst die Haut kaputt mache. Ja, ja, klar, man macht es ja. Aber ich finde das halt irgendwie, weiß ich nicht, so dieses, ja, dann ist das halt cool, wenn das halt so, gerade diese Hornhaut ist es halt, ne? Ja, also es hat bei mir halt wirklich einfach den Nutzen. Aus Stylegründen würde ich die nicht tragen. Ja, genau. Daher weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das dann auch, ich hatte ja auch vier, fünf Jahre getragen, Alter, und dann irgendwann auch gesagt, naja, komm, sind jetzt kaputt, dann halt nicht mehr. Aber, ganz ehrlich, du hast dich mindestens einmal wie Ash Ketchum gefühlt, dass du den Ball in der Hand hattest, weil das war eigentlich die Fashion-Ikone, die die fingerlosen Handschuhe groß gemacht hat, weil Ash hat die bis zuletzt immer getragen, der hat immer so komische, weil er seinen Pokéball halt richtig werfen musste. Ja, ich bin aber ehrlich, ich hatte so gar kein, gar kein, ich will es nicht Modebewusstsein im Gym nennen, aber ich habe schon das Gefühl, Leute sind doch im Gym mittlerweile gestylter als vorher, irgendwie so, gerade auch einfach, weil die Klamotten mittlerweile dafür da sind. Ey, ich bin so oft einfach in Basketballklamotten mit Basketballschuhen dann ins Gym gegangen und habe dann da einfach trainiert, so, wo ich mir denke, ey, krass, so die Schuhe sind jetzt nicht unbedingt die bequemsten, gerade so Basketballschuhe sind jetzt noch nicht die bequemsten, so, aber, ja, keine Ahnung, so, Zeiten ändern sich. Das stimmt, ja. So wie Ruffy auch, nach, wie viele Jahren, nach 22, 25 Jahren dann auch plötzlich weiße Haare bekommen hat im Manga. Ja, der wird alt. Der wird alt, der Boy. Alt, aber tatsächlich erreicht er gerade hier noch seinen Peak, ne? Ja, natürlich. Und was ich jetzt auch noch mal um so ein bisschen trotzdem jetzt das Chapter auch zu hypen am Ende des Tages, ich meine, ich habe mich letzte Woche schon sehr viel drüber ausgelassen, wie cool ich dieses Bild fand und halt diesen Satz von Van Oga, wo er gesagt hat, ja, wir wollen einfach die Welt und hier ist es halt dieser geile Ausspruch von unserem Hauptcharakter, so, der normalerweise entweder von irgendwelchen Bösewichten gesagt wird oder irgendwie dazu dient, dass man so eine Aussichtslosigkeit der Situation vermittelt bekommt, aber hier sagt unser Protagonist diesen Satz von wegen so, ey, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich euch hier jetzt noch weglassen werde, ne? So, also, er hat die Situation komplett unter Kontrolle, so wie eben auch schon im Chapter vorher Van Oga und Devin und so wie auch öfter Bösewichte halt, ne? Die dann auch sowas sagen, ja, du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich dich einfach vorbeilasse. So, und hier hast du halt einfach Ruffy, der das auch noch, ähm, ja, äh, unterstreichen kann, so durch seine Kraft, so, wie gesagt, ich find dieses Bild von Kisaro, wie er da Blut spuckt, während er einfach nur hilflos, äh, von, äh, ihm gehalten wird, ist halt unbezahlbar. Er ist recht, wenn man die Seite vorher, äh, in Bezug nimmt, du siehst, wie der Motherfucker sich noch versucht, in Licht zu verwandeln, um davon zu kommen. Aber Ruffy packt ihn einfach. Ruffy packt ihn noch, bevor er wegkommt. Und das, das ist der Move, vor dem er auf Marineford Angst hatte, den Ben Beckmann gegen ihn macht. So, genau vor so, ja, genau vor so, was hat der Angst gehabt, der Mann, als er gesagt hat, uh, Ben Beckmann. So, jetzt wird er sagen, uh, Monkey D. Luffy. So, ja, das ist, das ist geil. Ja, plus er quetscht ihn ja richtig, das ist eher so, finde ich, nochmal voller Statement einfach, ne? Du würdest feiern, wenn er ihn einfach wegwirft, beim nächsten Mal. Richtig, richtig gut. Dann hast du so eine Seite, einfach nur wie Kizaru mal, puf, 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 dann sozusagen einfach wegfliegt. Kizaru, der halt einmal so, dass er sich fühlt wie Akaino auf Marineford, als er von Whitebeard vermöbelt wurde. So, man sieht, ich bringe Marineford oft in Einsatz, weil es halt die Messlatte ist, finde ich, an epischen Momenten. Wenn Oda den, den Funny Cartoon Film beibehält bei Gear 5, dann müsste Kizaru eigentlich in so einem, so kopfüber in so einem Basketballkorb landen. Und dann ploppt so bei diesen, äh, Home und Visitors, ploppt dann irgendwie so eine Plus 3 auf. Aber dann muss Ruffy ihn aber vorher auch erst mal zu so einem Ball kneten. Ja, genau. So ganz klassisch. So, ach ja. Ja, oder die machen halt irgendwie so eine Variation von dem Hulk, Hulk Smash bei Avengers 1, wo Loki da so rumgehauen wurde. Aber ich glaube, das passiert Kizaru jetzt erst mal nicht. Dafür scheint zumindest die andere Hälfte dieses Teams noch ein bisschen, zumindest aktiver zu sein. Ich meine, Ruffy hält ihn gerade auch so richtig ehrenlos in der Fresse. Und ich glaube, wenn da noch irgendwas an, 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 an Gediegenheit übrig war in Saturn, ich glaube auch das verschmilzt jetzt weg. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Ruffy hat die heftigsten Fettfinger gerade von dem ganzen Fleisch, was der noch gegessen hat. Und damit passt der jetzt. Damit kann er das Gift abwenden. Ich wollte es gerade sagen, das ist der Schutzfilm. Weil wir sehen ja, dass er in dieser Form, der gute Saturn, komplett in seinem ätzenden Gift eingehüllt ist. Ja, ja. Und auch ultra gefährlich dadurch halt wird. Und gut, Ruffy, wir sagen immer wieder, die legendäre Szene von Wimpel Down, dieser Junge hat nach dem Angriff von Magellana eine Giftresistenz entwickelt. Das glaubt man kaum. Aber wäre für mich irgendwie trotzdem billig, das jetzt so 15 Jahre später nochmal auszupacken, dass er immer noch immun gegen Gifte ist. Dafür ist, glaube ich, das, was Saturn da tut, ein bisschen zu krass. Deswegen, wenn, dann ist es Puros Haki, mit dem er das abwendet. Oder Fett. Oder Fett. Am Ende ist es der Fettfilm, genau. Deswegen hat Ruffy gegessen. Nicht, weil er hungrig war, sondern damit er dieses Gift ablocken kann. Er hat sich einmal richtig schön eingeölt. So ein gelles Eimer. Richtig flutschig wird, genau. Einmal durch die Pfanne so durch. Oh Mann, ey. Ja, ich bin gespannt, tatsächlich, wie es weitergeht. Weil Kizaru, zumindest Blutspucken, haben wir dem Boy auch noch nicht gesehen. Das ist schon ein Statement. Ein nächster Move muss eigentlich sein, dass diese Sonnenbrille zerbricht. Ja, und dann sieht er die wahre Welt. Ja, so ohne Shades, ne? Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich heipig. Aber, als wäre das noch nicht heipig genug, haben wir dann sozusagen noch die zweite Hälfte der letzten Seite, wo Roder ja dann gerne nochmal irgendwie so kleinpanelig irgendwelche Vorgänge zeigt. Und in dem Fall ist es eben, dass eine vorgefertigte Nachricht von Vegapunk abgespielt wird und dann scheint in der ganzen Welt zu hören sein, soll zumindest rund um Eket herum laut und deutlich zu hören ist. Und dort ist die Rede davon, dass er jetzt im Begriff ist, uns die Wahrheit über diese Welt zu erzählen. Wie da ist der Sonne? Wie da war die Höre, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Beepububo nein, 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 Peepubi? Ja, gute Folge. die mit Ravioli, Ravioli, gib mir die Formeloli. Das war die, wo Spongebob glaubt, dass Mr. Krabs und Roboters und die Welt von Robotern erobert wird. Da hat er irgendwie so einen Horrorfilm gekauft. Stimmt, wo der Roboter einfach so einen Menschen verfolgen hat. Und dann haben sie irgendwie drei Phasen und immer muss Thaddeus herhalten, wie er den, keine Ahnung, irgendwie, Thaddeus hat mir gerade erzählt, dass sein Vater ihn nie geliebt hat. Ja, genau, genau, genau. Und dann irgendwie Mr. Krabs keine Reaktion zeigt. Er hat ja dann die Tests gemacht, genau, ist er ein Roboter oder nicht und hat die am Ende dann trotzdem angefangen genommen. Und das mit diesem Bipupubar, das war ja, wo er am Telefon war und diesen Song so cool fand, er am Radio angerufen, könnt ihr den Song nochmal spielen? War das nicht? Ja, genau. Genau. Ach ja. Den haben wir jetzt gerade hier, während Vegapunk die Übertragung macht. Ja, während Vegapunk... Der Song wird gerade unterbrochen. Ja, der wird unterbrochen. Für Vegapunks Message. Genau, der hier, und da habe ich ja jetzt schon mal eine steile These aufgebaut, gestorben ist, nehme ich mal an. Und das halt der klassische Todmann-Schalter ist, der halt im Falle meines Ablebens wer diese E-Mail an 20.000 Leute verschickt, wenn ich nicht auf den Knopf drücke, so nach dem Motto. Und ich glaube, genau das sehen wir hier. Ja, Benni und ich haben vorher auch schon gewitzelt, dass das mit seinem Herzschrittmacher verbunden ist oder verknüpft ist und sobald der halt fast nicht mal ausschlägt, dass dann irgendwie diese Nachricht raus an die Welt geschickt wird. Sieht man das nicht? Ist das nicht theoretisch sogar so eine Herzmaschine? Ja, ja, da ist auch so ein Ausschlag. Genau, da siehst du ja einfach nur so dieses, wie so ein Strich nur noch ist, wodurch ja keiner mehr da ist, was ja schon dafür sprechen würde, dass, ja, vielleicht ja wirklich der Herzschlag von Vegapunk mit dieser Maschine verknüpft ist und dadurch, dass da jetzt nichts mehr kommt, entsprechend auch die Message geleakt wird. Ja, was man halt, man kann es halt so interpretieren, du hast halt im ersten Paneel das Beep, im zweiten und im dritten hast du halt dieses Gatschapst, so, dass man halt sagen kann, okay, es piept noch, man, im Anime gedacht, man zoomt halt so langsam in diesen Container ran, der halt irgendwo an der Seite steht, so, man hört das Beepen noch und dann im Zimmer, wo man den Bildschirm sieht, da hört das Beepen halt auch und da hast du dieses Döp, Döp, also wahrscheinlich ist das Gatschapst, ist halt dieses klassische Döp. Genau, und dieses Beep ist ja der Ausschlag, den du noch vorher siehst. Genau, das ist ja genau so, wie es im Film heißt, Döp, 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 Döp. Und dann kommt, im Anime wird dann To Be Continued kommt. Ja, ich denke mal aber auch hier ziemlich genau. Oder glaubt ihr, dass die letzten zwei Panele in der nächsten Folge kommen? Ich glaube, die Nachricht ist trotzdem noch dieses, ich habe eine Message und dann. Wahrscheinlich wird das Piepen so im Hintergrund dann laufen. Genau, und was für mich halt der größte Kicker aber daran ist, dass er vermutlich wirklich gestorben ist, ist, dass er eben Sanji noch die Aussage macht, so, ey, warum lächelst du so, bleib bei mir, stirb jetzt nicht. Ja, tatsächlich habe ich, weil ich bin, muss schon sagen, ich habe eigentlich geglaubt, ja, der überlebt auch das wieder, so, warum, weil du hast es ja auch vorhin schon gesagt, Victor, so, letztes Mal wurde uns noch weiß gemacht, so, ja, ich darf nicht bewegt werden und jetzt wird er trotzdem bewegt, aber ich habe das Detail hier mit dem, mit der Herzfrequenz, ich habe es jetzt ja auch vorher nur einmal gelesen, das habe ich gar nicht so genau beachtet und das ist für mich dann doch auch irgendwo ein Indikator, dass er wahrscheinlich hier ablebt. Der größte Kicker ist für mich das Lächeln, tatsächlich, weil es halt, er stirbt halt wie ein Die stirbt, weil er sich halt entschieden hat, ich will auch einer sein. Ja, ja, also zumindest glaube ich schon, jetzt gerade auch mit dieser Herzfrequenz, Herzmaschine, dass er zumindest für den Moment auf jeden Fall nicht, nicht mehr unter uns weilt, aber, who knows, aber ja, ich, aktuell gehe ich auch davon aus. Vielleicht kommt Enel noch runter und, äh, belebt ihn wieder, ne, mit, mit, äh, Strom. Ich meine, Kisau hat ja schon alles richtig gemacht, der hat ja, ne, der hat Merede, wissen genau, was sie tun mit ihren Teufelsfrüchten und so, wie gab's Wunden von, äh, von Cousin damals eingefroren wurden, hat hier Kisau seine Laser präzise dafür genutzt, um eben die Wunde von Vegapunk auszubrennen und eben am Bluten zu hindern. So einmal mit so einem heißen Strahl, die ist jetzt geschlossen komplett, der blutet auch nicht mehr. So, und jetzt wird alles gut. Äh, ja. Ja, also so ganz kann man dem Braten immer noch nicht trauen. Ne, ne, nicht so ganz, aber ich bleib erstmal dabei, er ist tot. Ja, ja, vielleicht, wie gesagt, spätestens seit Peru glaubt man da eigentlich eh nie so ganz dran. Ich würde sagen, das war der Mann, hat die, die ganze, das ganze Misstrauen gestartet. In alle zukünftigen Charaktere, die vermeintlich tun. Und Bellarmé damals auch noch. Oh ja, Bellarmé noch schlimmer. Bellarmé war auch krass, weil ich war, das war ja so eine Zeit, wo ich, ja gut, Punk Hazard hatte man schon, dann fing Dress Rose an und dann so, ja, Bellarmé taucht auf. Hä, ist der nicht tot? Die Wahrheit ist, Bellarmé hat uns eigentlich auch nur auf Sauro vorbereitet, deswegen wir da überhaupt nicht mehr geschockt waren. Naja, da war es dann wirklich so, ja, nervt mich jetzt, aber okay, ich akzeptiere es. It is what it is, genau. Ja, aber Message to the World, wir haben letzte Woche schon viel. Vom, dem weltweit bescheidensten und größten wissenschaftlichen Genie. Ja, fand ich auch super. Ein sehr guter Satz. Ja, absolut, ey. Gutes Wording. Ja, ja. Die Frage ist, worüber wurde das jetzt übertragen, die ich mir gestellt habe? Über die Teleschnecken? Ja, Benni wollte es doch gerade sagen. Ne, ich wollte tatsächlich einfach spekulieren, was das ist, aber wir können gerne, ich glaube, es sind Teleschnecken, oder? Einfach Radio, Teleschnecken. Wenn jemand Video-Teleschnecken hat, dann wird das jetzt gekarrt. Also alle Medien. Also hat sich Vegapunk ins gesamte Netzwerk der Welt gehackt? Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch, weil er hat ja schon mit Punk Records gesagt, ey, ich will damit jedem Zugang zu meinem Gehirn geben. Wer sagt denn nicht, dass er im Endeffekt schon die Connection aufgebaut hat dafür? Weil das ist halt wieder das Ding, wir haben ja schon drüber geredet, was hat es mit Punk Records auf sich? Wir haben Punk Records immer noch nicht gesehen. Es ist das Internet in diesem Universum. Wir haben ja auch schon gesagt, ey, das Internet vergisst nicht, wodurch du ja sowas wie das verlorene Jahrhundert, das könnte ja dann nicht mehr passieren, weil einfach alles dokumentiert wird. Und ja, wenn jetzt Punk Records, der das Eckhead-Incident ist oder die Infos, die durch Punk Records geleakt werden, das Eckhead-Incident ist, ja, dann wäre ich auch d'accord damit. Also ich bin ziemlich sicher, der Eckhead-Incident ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Dieses, ey, ich habe diese Nachricht, Attention Duelist, Attention World. Es gibt mehr als vier weiße Drachen. Aber es ist halt so das große Mindblowing-Info, die er jetzt halt raushauen will, die halt alle mitbekommen werden. Und ich glaube, deswegen ist es dann am Ende auch das große Big Thing, weil nämlich die Weltregierung keine Handhabe darüber hatte, wie sie diese Infos präsentieren, sondern die werden einfach rausgehauen. Und das wird wahrscheinlich, ja, wie wir es halt immer wieder schon gesagt haben, das, was Kleeblatt damals sagen wollte, übertreffen. Beziehungsweise was wir von Kleeblatt erfahren haben, übertreffen. Und wie ihr beiden wahrscheinlich auch schon richtig vorher vor dem Podcast verhandelt habt, es wird wahrscheinlich auch mehr als eben nur der Name des antiken Königreichs sein. Ich denke, der Name des antiken Königreichs wird am Ende trotzdem der Reveal sein, den wir mitnehmen. Und drumherum werden wir so Sachen haben wie, ja, ja, das war wirklich so, dass damals die Rassen zusammengelebt haben. Ja, ja, die Dees waren damals die Anführer davon. Ja, ja, ja. So, und das kriegen wir, denke ich. Das One Piece existiert wirklich. Genau, das One Piece hat was mit dem antiken Königreich zu tun. Ich glaube, wir haben in One Piece tatsächlich, wir haben Gold Rogers Rede, wir haben Kleeblatts Rede, wir haben Whitebeards Rede. Und ich glaube, Vegapunks Ding ist das nächste große, die nächste große Rede, die, ja, hoffentlich, hoffentlich mit einem Flashback irgendwo noch dabei ist. Also nicht Flashback vom verlorenen Jahrhundert, sondern dieses, ein Vegapunk, der sich sagt, ey, ich werde die Legacy von Kleeblatt weiterbringen. Weil wir haben ja damals, als Whitebeard seinen Move gemacht hat, mit dem das One Piece existiert, hast du ja auch nochmal so kurze Erinnerungen an Roger. Dass wir, wenn Vegapunk Dinge revealed, dass du halt diesen kurzen Switch nochmal zu Kleeblatt kriegst, so dieses, ey, der ist der Grund, warum das hier gerade überhaupt alles passiert. Ich glaube übrigens, dass wir nicht die komplette Message bekommen werden, weil die im Marine Hauptquartier oder wo auch immer wahrscheinlich auch heißlauchen werden sofort sagen, schaltet das ab, schaltet das ab, kappt die Verbindungen. Das haben wir ja schon gehabt. Ich glaube, wir werden nicht alles bekommen. Wir hatten ja am Anfang von dem Arc, wo die Motherflame gestartet wurde, da hat ja Sabo auch telefoniert und da hört ja die Marine zu und dann ist so dieses, ja, kappt das, kappt das, wo er meinte so, ey, der hat die Weltherrschaft oder keine Ahnung, die Person, die jemand sitzt auf, piep, piep, piep und dann war es halt weg. Und ich kann mir auch vorstellen, wir kriegen Law-Reveals, aber nicht alles. Genau. Weil das Ding ist auch hier wieder, warum Vegapunk vielleicht wirklich dann auch tot sein wird und auch sterben wird, ist halt, der Mann weiß einfach zu viel. Und das ist dann von Oda wieder ein taktischer Tod von dem so, ja, ey, der kann dann nicht zu viel revieren. Aber wo, wo ist der eine geniale Wissenschaftler, der uns irgendwann alles über die Teufelsfrüchte erzählen wird? Das ist doch alles ein schlechter Scherz. Das ist für mich genauso schlimm, wie dass man die Steinmetze auf Warno nie gesehen hat. Das ist wirklich so. Ja, ich glaube, das tatsächlich, das Ding ist halt, es kann ja immer noch sein, dass Saurow am Ende der ist, der den Willen von Vegapunk dann weitergibt. So, ja, ich weiß, was du meinst. Wir haben ja Info, am Ende kommt da raus. Es war komplett geblubt, Alter. Ja, aber es werden ja auch ein paar Satelliten überleben und mitkommen. Ja, ja. Ja, wenn die nicht auch einfach direkt umfallen. Die Hintertür lässt sich Oda, glaube ich, offen, dass halt so eine Atlas oder so, die wird überleben. Es sind ja gerade drei Stück, die, wenn wir jetzt York wegnehmen, so York ist ja jetzt nicht irgendwie eine von den Guten, haben wir ja Lilith, Atlas und Edison noch, die am Leben sind. So, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die es bis nach L-Buff schaffen. Also, dass da zumindest sein Wille irgendwo weiterlebt. Und dann auch wieder die Message von, ähm, von Vegapunk, ey, Klone sind die Zukunft der Welt. Auch wenn er tot ist, so, er lebt ja weiter in diesen Charactern. Ja, die werden auch post One Piece mit Frankie irgendwie so ein zweites Eckhead aufbauen. Ja, da hat er endlich die Doofen gefunden, die mit ihm zusammen den Megazord Frankie zusammen assemblen. Genau. Ja, ganz ehrlich, wenn die nicht auf L-Buff den Frankie Shogun upgraden mit, ja, ja, hey, das ist die Technologie, die wir in dem Vegaforce verwendet haben. Guck mal, durch den Knopf wird er dreimal so groß. So, und dann hast du natürlich Ruffy, Lissop, Frankie, Chopper, die dann alle die Sternenaugen haben. Und keiner hätte es je erwartet, aber da ist er als rechtes Bein auf einmal, weil er doch das romantische Herz in seiner Brust schlagen hat, so Zorro. So, einfach so komplett Gesichtsemotionslos, aber so, shut up, einfach shut up, lass mich mitspielen. Also, ich hab jetzt Bock drauf, ich mach das jetzt. Das ist so ein bisschen wie bei Lore mit, äh, Sanji verwandelt sich zum ersten Mal in diese Osoba-Mask und dann ist so, ey, das ist doch hier der, keine Ahnung, wie hieß der Black Stealth oder so, wo er weiter so, ja, ich hab das damals gelesen. So, im Sinne von, ah, krass, bist du ein Fan? So, nein, nein, bin ich nicht. So, wo Lore schämt sich dafür, dass er Comics und Manga nicht mag. Dass er die mag. Ja, dass er die mag, genau. Und er tut so, als ob er es nicht würde. Aber ja, ich glaub tatsächlich, das Ding hier, was nächstes Chapter passiert, gerne, Victor, du hast es schon gesagt, vielleicht kriegen wir auch ein Update nochmal zu Zorro und Loki und Jimbei und zu Brooke und Lilith, aber ich glaub, das Chapter wird sich eben um diesen Reveal drehen und ich glaube, es wird tatsächlich einfach eine Fortsetzung von dem, was Kleeblatt besprochen hat, nur eben mit mehr Beweisen dafür, weil bei Kleeblatt waren das ja alles Hypothesen, die er geäußert hat. So, er war ja recht vorsichtig mit dem, was er gesagt hat. Ja, wir haben die Steine und die existieren und die sind unzerstörbar. Das heißt, die müssen Feinde gehabt haben. Und das heißt auch, dass es ein Königreich wohl damals gab und das hatte einen Namen. So, und da hat er immer gemerkt, okay, ich werde noch nicht erschossen, ich kann weiterreden. So, und ich glaub, Vegapunk ist das alles egal. Der haut alles raus. Der ist schon tot. Genau, so der, warum nicht sogar, Victor, dein Teufelsfrucht-Reveal. Dann so dieses, ey, Teufelsfrüchte sind in Wirklichkeit das und das. Und also irgendeinen Reveal werden wir kriegen müssen, der meiner Meinung nach auch permanent ist. Nicht dieses Hypothesen und dann diskutieren wir und Charaktere die nächsten 20 Jahre über diese Hypothesen. Ich will konkrete, wirklich wissenschaftliche Evidenz, die Vegapunk hier hat, mit Quellenangaben noch. Hier ist mein Paper. Das trage ich hier gerade vor. So, und das stimmt. Machen wir uns nichts vor. Am Ende werden wir trotzdem viel mehr Fragen haben, als geantwortet wurden. Natürlich. So, das wird dann der neue Status. Victor, das werden wir am Ende von One Piece immer noch haben. Das ist der Oder-Way. Das ist der Oder-Way. Selbst am Ende von One Piece wird es mehr Fragen als Antworten geben. Was aber mit dem? Und hier, Johnny und Yosaku, wo waren die? Ja. So, daher. Aber ich glaube tatsächlich, wir können uns auf, ich hau jetzt mal raus, zwei große Reveals. Also zwei, entweder was zum Willen der D, zum verlorenen Jahrhundert. Ich glaube, antike Waffen gar nicht. Das ist irgendwie gerade noch nicht so. Das war eher so auf Waden. Da haben wir jetzt ja auch ein bisschen zuletzt bekommen. So, das ist halt wirklich verlorene Jahrhundert. Der Name irgendwie, Wille der D, was es damit auf sich hat und wie die Welt vielleicht in One Piece früher war. So, weil das hat ja auch in diesem ganzen Arc ja schon so ein bisschen die Rolle gespielt mit, ey, der Meeresspiegel ist um einen Meter gestiegen und vielleicht war die Welt früher gar nicht so, wie sie ist. Naja, es gibt auf jeden Fall ein großes Geheimnis in dieser Welt und das will er hier jetzt enthüllen. Und ich habe noch gelesen, tatsächlich, das fand ich auch sehr spannend, der Arc dreht sich natürlich um Vegapunk, aber auch sehr, sehr stark um Bär. So, und Bär hat ja seine Erinnerungen zum Erforschen abgegeben an Vegapunk. Und wir wissen, dass in diesen Erinnerungen ja auch der God Valley Zwischenfall war, auch der Part, den wir nicht mitbekommen haben. Was ist also, wenn einfach ein Teil von Bärs Erinnerungen auch geleakt werden an die Leute? Ja, klar. Mal interessant, wie die reagieren, wenn die sehen, dass die Tenryu Bitu da einfach Menschen jagt. Genau, weil das ist ja genau das Ding, so dieses, es muss ja ein kompletter Image-Schaden sein für die Weltregierung, für die Tenryu Bitu, für alles. Na gut, dazu sei aber gesagt, das Image der Tenryu Bitu ist ja schon immer Angst. Guck die an und du stirbst. Ja, true that, true that. Und das ist in Ordnung für alle. Also ist ja nicht so, dass die jetzt besonders gut gelitten sind, dass die Leute, die wirklich feiern, höchstens halt die Adligen, die man jetzt da auch bei Grey Terminal damals gesehen hat, Sabos Eltern und so, die halt in deren Windschatten sozusagen versuchen zu fahren, aber die normalen Menschen, die haben halt einfach nur panische Angst vor dem, glaube ich. So, aber beliebt sind die, glaube ich, so oder so. Ja, das auf gar keinen Fall. Wenn man überhaupt weiß, dass es die gibt. Ja, tatsächlich eher in diesem, also ich stimme dir da voll und ganz zu, es war eher in diesem ganzen Öffentlichkeitsarbeit mäßigen gedacht. Die Weltregierung will ja nicht, dass irgendwie eine Wahrheit über die rauskommt, sondern diese fabrizierte Wahrheit. Die Sache ist am Ende, es ist halt die Marine, die angeschmiert ist, weil das ist halt das Public Face der Weltregierung. Absolut. Das sind die Leute, die, wenn du was gegen die Weltregierung hast, dann trittst du denen ans Schienbein. Aber das ist genau ja auch wieder der Punkt, der dafür sorgen könnte, dass die Marine hier anfängt, halt Dinge zu hinterfragen, weil viele wissen, glaube ich, nicht, was die Tenryu B2 machen. Ich glaube auch Gott Valley, Garb hat ja selber gesagt, ey, sind die wieder auf ihrer Vacation da? Ich glaube nicht, dass es öffentlich bekannt ist, dass die da Menschen jagen. Natürlich nicht, genauso wie halt hier Saturn ja auch von ein paar Chaptern gesagt hat, so ey, jeder unter dem und dem Rang hat hier erstmal nichts verloren, die dürfen das gar nicht sehen. Genauso wie es halt beim Telefonat mit Sabo, was du erwähnt hast, halt hieß, bevor er irgendwas sagen konnte, dass ihm auf dem Thron sitzt, wird gekappt. Nicht, weil alle es hören, sondern weil die Mitarbeitenden, die da sitzen, das hören könnten von der Marine selbst. Und die dürfen das nicht erfahren. Ja, safe. Wir wissen ja zumindest von einem Charakter, der kein Gorosei ist, der über Imu Bescheid weiß. Das ist ja diese Person, die im Raum der Blumen dann mit Imu geredet hat und gesagt hat, ah ja, die Gorosei sind jetzt bereit, bla. Und das, keine Ahnung, wer dieser Charakter ist. Weil das ist ja auch schon, bis auf Sabo, Dragon und Ivankov und jetzt halt die Tenryu B2 und so und vielleicht auf Flamingo. Das war wahrscheinlich schon Sabo in Verkleidung und eben dann so, ja, ja, lass sie kommen, lass sie kommen. Steht da so, warte mal, wer war denn das? Ich hab doch gar keinen Servant, der kommt und die Leute ankündigt, so wait. So, das ist ja auch richtig gut. Ja, Mann. So voll so befestigt. Ey, das wäre ein krasser Twist, wenn es am Ende wirklich Sabo ist. Oh Mann, eben. Ja. Ja, aber was sind eure, was glaubt ihr denn, was revealed wird, was ist die Wahrheit über die Welt? Also auf jeden Fall, der Name des verlorenen Königreichs, das erwarte ich mir irgendwie schon. Dass wir den bekommen, weil ich finde jetzt auch irgendwo sind wir an einem Punkt so, warum muss man das jetzt noch großartig vorenthalten, weil am Ende des Tages ist es halt auch nur ein Name. Klar, da kann man dann wieder vielleicht irgendwie, was weiß ich, paraphrasieren oder so oder dann umstellen und dann aus oder von hinten lesen und dann ergibt das das und das, aber so come on, gib uns einen Namen. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie was zur Redline oder so, dass das eigentlich gar nicht so von Natur aus da war, so vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. ähm, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwas richtig Abstruses, äh, alle, ähm, alle Menschen, die auf, ähm, na, wie heißt es denn, auf der Redline? Die Tenryubito. Genau, die Tenryubito, danke. Ähm, alle Tenryubito sind Aliens oder so, keine Ahnung. Die kommen vom Mond. Genau. Nein, irgendwas, was, was nicht nur die Welt in One Piece schocken wird, sondern ich finde auch uns als Leser. Ja, safe. Safe. Wo wir dann wieder so ein bisschen bei diesem In-Universe und außerhalb des Universums. Aber ich finde, das sollte beide schocken. Ja, safe. Ja, am Ende muss es aber trotzdem etwas sein, was eben genau dieser Aussage folgt, die Wahrheit über diese Welt. Und der Name des antiken Königsreichs trifft nicht auf diese Definition zu. Das stimmt. Das wäre höchstens ein Ergebnis des Vortrags, dass man halt sagt, so, ey, die Wahrheit ist, es gab schon vorher ein Königreich, die Wahrheit ist das, 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 das und das Königreich heißt. So, das wäre dann sozusagen die Information für uns, die eigentliche schockende Information ist aber überhaupt, dass es erstmal dieses andere Königreich gab für die ganzen Leute ist, das ist ja schon ein krasser Paradigmenwechsel, so, wenn man dann sagt, okay, die Weltregierung, keine Ahnung, sind eigentlich die Usurpatoren, so, eigentlich diejenigen, die unrechtmäßig hier alles anführen. Oder er sagt einfach das, was eh eigentlich schon von Ewigkeiten auf der Hand liegt, ey, der Thron ist nicht leer, Leute. Das wäre die Wahrheit über diese Welt. Und das wäre unfassbar enttäuschend für uns, wäre aber der große Schocker. Ich glaube, das weiß er halt nicht. Weil Oda explizit ja darauf hingedeutet hat, ey, Cobra hat es erfahren, der ist gestorben, Vapul und Vivi haben es erfahren und Sabo hat es halt erfahren und Sabo hat es weitergegeben. So, ich glaube, tatsächlich. Und die sind auf der Flucht. Und die sind auf der Flucht und ich glaube wirklich, der Rest weiß nichts über Imu. Also ich glaube auch Vegapunk, so smart er doch ist, aber er war ja nur einmal auf Mary Joa. Also wenn Dragon nicht sich als komplett inkompetenter Schwachkopf herausstellt, dann wird er, nachdem sein bester Freund und Kupferstecher und genialster Wissenschaftler der Welt sagt, ey, ich werde heute sterben, dass er ihm nicht dann sagt, ey, wenn du heute eh stirbst. Aber da wusste er es noch nicht. Ja, aber literally 15 Minuten später oder so. Ja, genau, 15 Minuten später wusste er es. Also, come on, dann nochmal kurz ein SMS zu schreiben, so ey, big news, bro. So, übrigens, ey, gerne, am Ende kannst du es ja erklären, theoretisch könnte oder sagen, ah, Flashback, genau, Telefonat mit Dragon, Dragon hat es ihm erzählt, so, wir haben es noch nicht gesehen und er hat die Info. Ich glaube tatsächlich, aber diese Wahrheit über die Welt wird eher viel Vergangenes und gar nicht viel in der Gegenwart sein, so, weil dieser Imu-Reveal, ich glaube, der ist noch too big, so für die Welt, weil das ist so, da verliert die Welt komplett die Hoffnung in die Weltregierung, so, dadurch ist das ganze System einfach kaputt und ich glaube eher, dass Sabo diesen Moment halt kriegt, so ähnlich wie Ace Marineford leider bekommen hat, auf eine andere Art und Weise halt nicht so unbedingt positiv, dass Sabo halt eben wirklich aktiv dafür verantwortlich ist, dass die Weltregierung oder die Tenryu-Bito am Ende verschwinden, so, ähm, aber ja, keine Ahnung, so, am Ende, oder kann Blue Ballen, ich sage es aber wieder, es ist, es erinnert mich zu stark an Kleeblatt und mit seiner Speech of O'Hara und diesen Vibe hat das halt gerade, dass da was Großes kommt, ob es am Ende zufriedenstellend für uns sein wird, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, die Balls werden schon Blue bleiben, so. Ja, aber ein bisschen Tickeln wird er schon, so ein bisschen kratzt er schon, so ein bisschen. Einmal so ein Finger in den Po steckt er dir schon, aber die Balls bleiben Blue. Ja, das ist das so meine, meine, meine große Vermutung daran, so, wie gesagt, es wird, ein paar Fetzen werden wir bekommen und wir werden auch lange darüber diskutieren dürfen. Das Schöne ist, dass wir diese Infos wahrscheinlich schon nächste Woche kriegen werden, denn es ist wieder keine Pause und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen ich gerade noch nicht so sehr dazu neige, meinem Kopf allzu viel, sage ich mal, jetzt Freiraum zu gehen, los zu galoppieren, was das alles sein könnte, weil ich hoffe und eigentlich davon ausgehe, dass genau das das nächste Chapter sein wird und wir dann in die Pause entlassen werden und dann auch wirklich schön diskutieren können, weil wir wissen, okay, es dauert eh zwei Wochen, ein bisschen mehr dazu erfahren und wenn Oda richtig krasser Dude ist, dann steht da am Ende einfach, okay, jetzt haben wir wieder eine Monatpause oder sowas, weil der Urlaub braucht. Ja, weil dann halt der Incident passiert ist. Ja, genau. Tatsächlich, ich habe nochmal recherchiert, beide Breaks waren im Juni. Beide Breaks haben wir überlegt. Ganz anders wahrgenommen. Das heißt, ich sage es wieder, wir sind 1108, lass es zweieinhalb bis drei Chapter pro Monat sein, das heißt, bis 1115 wären es noch sieben Chapter, was ja umgerechnet so zwei Monate, zweieinhalb wären, wodurch wir ja Ende Mai wären. Passt halt ziemlich gut zum Ende von Eckhet, ne? Ja, aber ich glaube halt tatsächlich, ich glaube nicht, dass nach dem Reveal, ich glaube, Ende Eckhet kommt wieder ein Monatbreak und so bei dem Pacing, was wir gerade haben, sind sieben Chapter gar nicht so unrealistisch, dass das Ganze zu Ende geht, weil bis auf Ruffy, Vegapunk, wenn er jetzt wirklich tot ist, ist sein Plot ja erstmal auch vorbei. Sanji kann easy zu 1000 Sunny kommen, Zorro und Loki ist auch easy fertig. Du sagst bis 1015. 1015, 1016. Dann sag mir die Zahl, welches Kapitel kommt der Roboter? Wir haben jetzt 1008, bis 1015 hast du noch Zeit. Ja, wenn er das Geheimnis über die Welt droppen wird, vielleicht wird ja auch über den Riesen geredet. Also 1009. Maybe 1010, das ist ja was mal. Vielleicht wird er im nächsten Chapter gezeigt, kurz, weil Vegapunk über den redet und dann, aber das ist halt eh alles so Schrödingers Chapter, weil Oda die schon längst gezeichnet hat. Ja, aber der Roboter muss kommen. Ja, der wird auch kommen. Und am Ende ist es genau das, was ihr auch gesagt habt, ey, er wird einfach die 1000 Sunny ins Meer tragen, so und that's it. So, weil der Rest ist ja wirklich eigentlich fertig. Wobei eigentlich haben wir die Riesen doch jetzt dafür. Ja, aber die sind ja nicht oben, die sind ja unten und die 1000 Sunny ist ja oben. Ja, aber die, die bei Frankie sind, die gehen jetzt ja scheinbar hoch. Ja. Ne, die kriegen halt gesagt, so, jo, die sind halt oben. Ne, so, okay, wie kommen wir da ran? Na, vielleicht mit dem. Ja. Wird auf jeden Fall auch interessant sein. Ich bin auch der Meinung, dass der jetzt eigentlich innerhalb der nächsten zwei, drei Chapter kommen muss, sonst haben wir wirklich keine Zeit mehr. Und mehr Plotpunkte gibt's nicht. Wir haben jetzt, wir haben es letzte Woche diskutiert, ey, irgendein Reveal muss kommen, irgendein Major Win müssen unsere Helden noch kriegen, was sie jetzt durch diese Ankündigung bekommen. Das ist dann auch abgehakt. Und dann ist ja wirklich nur noch der Riese und 1000 Sunny muss ins Wasser und Luki, Jim Bay und Zorro. Dinge müssen noch passieren. Leute, bevor wir das zum zehnten Mal jetzt noch aufzählen, was alles noch auf Eckert passieren muss, würde ich doch sagen, wir schließen einfach hier an der Stelle die Tinfoil-Diskussion ab. Freuen uns auf nächste Woche. Noch sieben Mal schlafen, dann wird unsere Welt erschüttert. Richtig. Und die von One Piece. Ich bin auf jeden Fall bereit, Oda, gib mir dreckig. Ja, was soll ich sagen? Und mit diesen Worten bei dem Podcast. Ist das nicht immerhin so in japanischen Storys, so dieses, wenn man niest oder in Japan, so jemand denkt an dich, so in dem Moment hat Oda gerade genießt, als Viktor das gesagt hat. Hm, wer denkt wohl gerade an mich? Okay. Ja, ich hab noch tatsächlich, ich hab jetzt die letzten Tage sehr viel Manga wieder gelesen. Blood on the Tracks kann ich empfehlen. Viktor, du hast es wahrscheinlich schon gelesen. Das ist so was, was Super High Patrol schon empfohlen hatte. Mit Junge, Mutter, Leute auf Klippen. Ach, die? Ach so, ich wusste nicht, wie die Story heißt. Aber ja, ja, ich kenn die Story. Ich hab die jetzt tatsächlich innerhalb von so drei Tagen durchgelesen, hat 150 Chapter. Man liest aber auch recht schnell, so ein Chapter liest du in zwei Minuten irgendwie durch. Und ich war echt mehrmals geflasht, in was für Richtung das geht. Dafür, dass der Plot einfach sehr, 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 sehr simpel ist von, hey, einfach nur Charakter, die in der Stadt leben und Dinge, die passieren und Dinge, die verdeckt werden. Aber es ist so interesting geschrieben und gezeichnet und irgendwie die Psyche des Menschen, die da durchdrungen wird in so einem fiktiven Werk, wo ich echt dachte, krass, Alter. Noch lange Zeit nicht mehr, weil One Piece wird so heftig von Plot und der Welt getrieben. Und da ist die Welt so richtig klein, aber dafür jeder Charakter irgendwie sehr, sehr tief. So, und das, ja, wer es noch nicht gelesen hat, kann das gerne machen. Es ist so ein bisschen Psychothriller-mäßig, aber sehr gut geschrieben einfach. Und auch Plottwists, von denen man nicht gedacht hat, dass sie kommen. Ja. Habt ihr noch eine Leselektüre an die haben gelegt bekommen? Aber soweit, ja, ich glaube, wir haben es. Ja, danke auch. Dann wünschen wir euch, wie immer, ich weiß übrigens, die interessante Theorie, das ist mittlerweile die Tradition, ist, du begrüßt die Leute, dich, ich lass sie zur Tür wieder raus. Aber genau damit können wir, glaube ich, dann uns auf die nächste Woche freuen, auf Kapitel 1109, wo, wie Henry gesagt wird, unsere Welt gerockt wird. Und bis dahin habt ihr immer noch 150 Chapter Blood on the Tracks zu lesen, wenn ihr denn auch, sage ich mal, nicht getriggert werdet von bestimmten Themen, wie eben familiäre, sage ich mal, Konflikte und eben auch generell Creepiness, Horror. Ich glaube, in den ersten fünf Chaptern kriegst du den Vibe schon mit von der Story. Und das ist, wie gesagt, es ist halt ein Psychothriller. Es ist halt schon nicht ein typischer Schonen, wo ein Junge eine Special-Fähigkeit bekommt, die er zu kontrollieren muss und dann König von irgendwas werden möchte. Nein, das ist einfach nur schlimm. Ja, es ist wirklich schlimm, aber, weiß ich nicht, so faszinierend. Ich konnte halt nicht aufhören zu lesen. Das war halt das Ding. Ich hatte lange Zeit nicht mehr so ein Werk, wo ich einfach so, ah, komm, noch ein Chapter, noch ein Chapter, noch ein Chapter. Und dann bist du halt so, ah, fuck, es ist drei Uhr morgens. So, Leute, ich muss leider wirklich los. So, deswegen würde ich sagen, hier an dieser Stelle mal einfach so ein ganz krasser Schnitt gesetzt. Nächste Woche können wir gerne noch, bevor wir dann ganz viel über das Chapter reden, einfach noch länger über platternde Tracks reden. Ja, müssen wir denn gar nicht. Es ging ja einfach nur um die Empfehlung so. Also, gönnt euch. Ja, bis raus. Ja, in dem Sinne, haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.